Nehmen wir mal aim Und? Jungs, Mädels! Wo schießt ihr? Und wir sind wieder live! Let's go! Ah, live! Einen Moment! Ich aktualisier mal Wir sind live, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh, nice! Jetzt muss ich nochmal testen, ob das jetzt hier auch funktioniert Ja, funktioniert Mit den ganzen Sachen Ja, das funktioniert Kann man alles kaufen jetzt? Ja, du kannst super Sticker, super Chat kaufen Ja, genau, genau Heißt du jetzt in Youtube auch anders? Ne, Youtube heiße ich immer noch GeniTV Wollen wir kurz Soundtest machen? Gemi! Ja! Wie geht's? Gut! Und selbst, warte mal, Amir? Ist das Amir? Amir? Nein! Ah, okay! Hat sich grad nach einem Jahr angehört, sorry! Ich bin der von dem Modus, wo du noch Dings gemacht hast So wins und dann Sachen schenken Mach ich immer noch! Ja, aber auf Youtube! Ja, bin ich gerade live tatsächlich, Kumpel Ja? Nein! Weil letztens, als ich beigetreten bin, hast du gesagt, dass du das nicht mehr so häufig machst Ja, genau, aber jeden Freitag 15 Uhr bleibt Jeden Freitag 15 Uhr bleibt Ja So, alles klar So, stellst du mir da jetzt durch den Video Okay, nice David, bist du noch da? Ne Okay, besser ist Hier, Supersticker Ein animiertes Bild senden Okay, stark Okay, cool Man kann Mitglieder verschenken auf Dingshaut Ja Okay, das gefällt mir Supershat Auch nice Mitgliedschaft Auch gut Endlich, Dicker Endlich Nice Ah Leute, vielen lieben Dank an jeden einzelnen von euch Vielen lieben Dank Dass ihr mich Bis hierhin begleitet habt Echt dickes, fettes Dankeschön Echt cool Echt cool Ich freue mich Wie viele Abos hast du jetzt? Auf Youtube? 1300 Noch was Uh Mhm Das ist schon groß Oh Leonie Vermisst mich hier schon Die schaffst du schon Kommentare Weil ich mich gelügend aße Weil ich mich gelügend aße Ach geil, was ein schöner Tag man Besser kanns gar nicht gar nicht mehr werden gefühlt, alter Herzlichen Glückwunsch Danke man Danke man Danke man Das ist diesmal ernst gemeint Super, wie bei Schuss gehen Ja Danke 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 Das war echt ein harter Weg Bruder Danke Geni, was machst du nach der Runde? Äh, was anderes definitiv Äh, warte mal Ich muss noch fixe Sachen machen Äh, ich würde sagen, The Pit und dann machen wir eine kleine Challenge Äh, irgendwie ein Emote oder sowas Auf süß Nice Endlich Endlich Dicke Ach wie schön Cool Ich freu mich So, muss ich den Text nochmal machen Geni, bei mir stehst du im Stream in der Lobby alleine In der Lobby? Ja, allein Nee, kann nicht sein Nee, kann nicht sein Nee, du schaust in der Wiederholung, Bro Dann schaust in der Wiederholung, ja Hä? Cool Oh Ups Schau ich wirklich Ich hab noch ein bisschen was geschickt Was? Hä? Jetzt so Paul, das ist doch jetzt ein Scherz oder nicht? Das ist ein Scherz Cool Das wäre schon ein bisschen komisch, die Anzeige Ja Ja w Jochen Ja Jan Hey Leonie auch am Start, Hallöchen! Andi, was geht, was geht? Hey, ja, warte mal, warte mal, ich schau gleich gerne vorbei. Warte Bro, warte, 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 ja Andy, ich bin gleich da, warte, Andy, ich hab jetzt endlich diese Dinge aktiviert, auf YouTube, mit der Mitgliedschaft und der Superchat, ich glaube, du hattest letztes Mal gefragt. Darf ich lobby, Leonie, natürlich, klar, gerne, na klar, ich muss mal kurz bei einem Kollegen vorbeischauen? Ja, ich hab ihn. Ich fährt von zwei Seiten. Wir haben einfach random eine Püffelpackgruppe, weil wir schon streamen, das ist wirklich fair. Ich bin aber direkt der Kuss. Darf man dich auch killen? Mhm. Was geht, Bro, nix, was geht bei dir, GeniTV? Ey, wir kommen streamen, lass gerne einen Like da, Bro, wie geht's? Ey, Bro, ich hab voll vergessen, dir zu schreiben wegen FN, ne? Aber ich zocker in letzter Zeit wenige FN, und wenn, dann nur halt Abo zocken. Ich bin so frustriert, Digga. Alles gut, Digga, ich küsse dein Herz, Bro. Küsse dein Herz. Wie geht's dir, Bro? Das ist die nächste Aktion, Digga, wo wir ein paar Hunderttausend verloren haben. Es fackt so ab. Ich meine, später dann wird es mir egal sein, aber jetzt ist du jetzt so... Mir geht's gut, hoffe ich auch. Ja, geht's schon, Bro. Wir sind doch verreckt in GTA-IP. Ich bin so frustriert, Digga. Nachdem wir auch noch mit einem Streamer, mit 300 Zuschauern... Wieso stirbst du denn die ganze Zeit? Mein Bestes war, wo ich beim Skin-Contest zweiter geworden bin. Ah, ich sehe noch genug Tanken. Da gehe ich gleich mal Tanken, Digga. Ja, Bro, deswegen bin ich mir gerade ein bisschen frustriert. Deswegen ist gerade die Unterhaltung nicht so stark. Das wäre ein Dudikas total gewesen, weil der Raubtiger funktioniert. Die erste Runde mit Genie vergisst man nie. Der Typ, der Pizza bestellt hat. Weißt du noch? Weißt du noch? Ja... Wer? Ich? Ah, den kenn ich. Ja, der war doch bei unserer ersten Runde-Designment, der Pizza bestellt hat. Boah, kann sein. Ah doch! Ja natürlich, Digga! Was müssen wir hier mal gemeinsam gucken? GTA-P oder was, meinst du? Können wir gerne machen. Kommt nach, das sieht's übrigens. Ich war irgendwie schon ein bisschen bescheuert, aber auch irgendwie mies lustig. Wie die ganze Familie war das, ne? Der komische Chef. Ah ne, für seine Freunde. Das war für seine Freunde, glaube ich. Ne, der hat doch für irgendeine andere Familie bestellt. Oder der Pizza-Lieferer. Das war auch nicht das schlechteste Wetter als jemals. Ja, bei mir auch. Hey, Nicole, ich schrei mal rein. Wie? Bei uns ist gerade endlich mal wieder so ein bisschen. Ich spiele ja Fußball. Und es ist jetzt der ganze Sturm vorbei. Geni? Wie bitte? Ich spiele ja Fußball. Und genau da, wo der Sturm angefangen hat, hat er nur Training. Ja. Ich spiele ja Fußball, und genau da, wo der Sturm angefangen hat, hat er nur Training. Was? Wieso? Meine Fresse. Du hast schon gedacht, wir sind reich, oder? Ich weiß es ja auch. Knapp. Oh. Deine Jungs. Was für Jungs? Den auch gerade live deine Jungs. Was für Jungs, Bro? Meinst du die, die im Stream sind, oder was? Ich bin ein Astronaut. Aha, ja, ja, ich sehe es, glaube ich. Kuss, 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 kuss. Du hast schon gedacht, wir sind reich, oder? Ich weiß es auch. Knapp. Oh. Ja, Community, Andy. Achso, 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 ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Digga, so der Max. Warum, wenn immer einer mit den Kugeln wegfliegt, dass sich immer ein Astronauten wegfällt? Weiß, Bro. Wir haben auch noch die Shorts, Digga. So. Weiter geht's. Ich bin wieder da. Andy, Andy, vielen lieben Dank, mein Freund. Danke, danke, danke. Kuss geht raus. Kuss geht raus, Flo. Du warst der Erste. Ich habe das gerade vor 10 Minuten aktiviert, Bro. Danke, 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 danke. Sehr sympathisch, Mann. Sehr sympathisch. Alle zur Lobby, oder? Äh, ja. Lass mal alle zur Lobby, genau. Lass mal was anderes spielen. Ich hab das jetzt soweit fertig gemacht, Bro. Okay, hab du redet. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Andy. Hey, Jungs und Mädels, wenn ihr rausgeht, bitte favorisieren und auf Gefällt mir drücken. Würde mich tierisch freuen. Das wäre really, really nice. Was? Ich komm später nochmal wieder, mein Essen kommt gleich. Geh, was wird dann? Ja, guten Appetit. Ich warte auch noch auf meins. Na dann, bis später. Lass es dich weg, Annika. Tschü, tschü. Tschü, tschü. So, hey, Jungs und Mädels. Ja, warte mal. Jungs und Mädels, geht mal bitte alle in den Itemshop rein. Und unten steht Unterstützer ein Creator. Trag doch mal bitte alle auf Süß GeniTV ein. Gerne kleinschreiben. GeniTV. Und einfach eintragen. Wenn ihr keine V-Bucks habt, spielt überhaupt keine Rolle. Einfach eintragen. Das gibt fetten Support. Bist du auch auf TikTok live? Nein, Leonie, gerade nicht. Erst ab 20 Uhr wieder. Wo macht man das so rein? Dreimal gewonnen. In dem Itemshop steht unten Unterstützer ein Creator. Und da klickst du drauf, wenn du im Itemshop bist. Da steht unten. Einfach draufklicken und dort einfach G-E-N-I-TV eingeben. Einfach nur G-E-N-I-TV zusammengeschrieben. Genau, kannst du ruhig klein schreiben. Geni? Genau, ja. Geni? Ja, ja, was los? Ich hab mir grad den Creator eingetragen und sofort was gekauft. Cool, dankeschön Kumpel. Was geht raus? Danke, danke, danke. So, da ihr mich fleißig supportet, werde ich euch natürlich auch supporten. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt The Pit und machen eine kleine Challenge. Und der erste oder so bekommt eine Mode, würde ich mal sagen. So als Anfang. Und auch der Astronaut wieder. Ah, ne, ich glaub nicht, dass das so schnell kommt. Oh, Leonie, es bricht mir das Herz. Es bricht mir das Herz. Äh, Geni, aber ich hab nicht so viele, ich hab nicht so viele Skins. Ist, ist nicht schlimm. Alles gut, kein Problem. Spielt keine Rolle, Kumpel. Ich hab wieder richtig geile Neuigkeiten für euch. Könnt ihr das wirklich leiser machen? Dankeschön. Danke, danke, danke. Ja. Danke, danke, danke. Danke. Äh, Geni, Nisi fragt. Äh, ich bin nicht mehr bei Nisi. Warte mal, ich komm gleich rüber, Andy. Gib mir eine Sekunde. Nee. Ja. Ja, was ist los? Das ist aber egal. So, macht bereit. Macht bereit, Jungs. Was ist los? Ja, ja. Ey, ich bin ein, zwei Minuten weg. Dann macht trotzdem bereit. Wer ist das? Weiß ich nicht. Ich glaub, das ist von Deluxe, der kleine Bruder. Warte, ich muss mal ganz kurz zu dem Kollekt. Er versteckt. Ja, ja, alles. Weiß ich nicht. Er wollte nicht, dass da gleich ein paar unsachliche Sachen passieren, weißt du? Redet die mit uns. Redet die mit uns. Ey, es können ja auch private Gespräche jetzt gleich kommen. Achso, zwischen euch, oder was? Lukas? Was machst du hier? Lukas? Was machst du hier? Lukas? Was ist los? Oh, wieder da. Perfekt, Geni. Perfekt, Geni, Bray. Was gemacht hast. Was hab ich gemacht, Bro? Was hab ich gemacht, Geni? Ey, was hab ich gemacht, Andi? Was hab ich gemacht? Äh, ich dachte, der jetzt gleich noch sagt. Ah, oh. Schatz heute noch zwei. Sieh, was wolltest du? Was? Was mit Schatz? Was mit Schatz? Was mit Schatz? Was mit Schatz? Ja, mach mal bitte wieder alle bereit. Was mit Schatz? Ich glaube ich muss den... Ja, ich wollte dich fragen, über was du deine Spenden eingeschaltet hast, Geni. Ach so. Ach so. Ach so, was musst du tragen. Ach so, ja, was du Spenden eingeschaltet hast. Also, Mats, du hast über Tippi-Stream über normal YouTube? Warum es nicht geht. Ach so, ja, ja. Über YouTube, hey, wie hast du das gemacht, Bro? Du hast schon, hey, du kannst... Hä? Nein. Du hast dafür nicht YouTube-Partners? Bist schon YouTube-Partner? Ja. Wie ging denn das, Bro? Da hinten ist auch der Boss-Kilor. Also, unser Boss. Unser Boss. So. Mann, mir fehlen 60 Cent, Digga. Wie hast du das gemacht, Geni, Digga? Wie hast du das bitte zusammengebro... äh, bekommen? Du brauchst ja... 300... 3... 3 Millionen Views über mit Schwarz, oder? Oder bin ich jetzt los? Boah. Das nervt, Blamurt. Ja, alles gut, Jungs. Wer tritt jemand bei? Ach so, ich mach mich gerne wieder auf Apresel. Jo, Geni. Ja? Ja? Lukas, mach aufbereit. Bitte. Nicht dafür. Weil diese Unity Force nicht... Ah, sorry. Warte, warte, jetzt, 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 jetzt. Ja. Blödes. Let's go. Ja. Blödes. Let's go. Hey, Björn ist auch am Start. Bro. Bro, sorry, 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 Björn, gar nicht gecheckt. Sechs Monate. Ja, aber du, du brauchst keine Schwarz, oder was? Hochladen. Weil jetzt mit 3 muss man Schwarz hochladen. Geni? Ja? Was war dein Lieblingschapter im Season? Boah, Alter, damals, äh, 2022, als der Hammer und das Schwert drin war. Ja, das war gut. Ich mag auch. Oder ist schon wieder... Ja, nachher, nachher gerne. Ich weiß nicht, ob ich den schon eingerufen soll, Kilo. Nee, nee, ich hab nicht genug Geld. Nicht schlimm, Bro, nicht schlimm, alles gut. Ryan, auch am Start, kann ich noch kommen? Ryan, natürlich. Irgendwann. Na klar, Ryan. Lieben gerne. Irgendwann mach ich's schon. Alles gut, Jungs, alles gut. Danke, danke, danke. Überhaupt dickes fettes Dankeschön an euch alle, dass ihr mich hier auf diesem Weg begleitet habt. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Also von daher dickes fettes Dankeschön, Jungs. Kuss geht raus. Kuss geht raus, echt cool. Echt richtig cool. Wieder... Der nächste... Der nächste Step. Wieder erreicht. Richtig, richtig cool, Leute. Ich freu' mich. Ich freu' mich. Echt nice. Jo, Bro. Get five. Start. Achso, die war zu... Achso, nee, das war eine andere. Das war eine andere. Oh, oh. Das wird jetzt voll emotional. Was? Was ist... Wir mit allem? Ja, naja, mit allem. Na klar. Na klar. Das wird jetzt voll emotional. Warum emotional? Wegen mir. Keine Ahnung. Ja. Bruder, weißt du, wie ich das freut? Ich hab mir ein halbes Jahr den Arsch aufgerissen dafür, Alter. Das war echt schwierig, Digga. Das war echt nicht einfach. Das war echt... YouTube ist allgemein nicht einfach. Das war echt... Das war echt anstrengend, Mann. Nein, ey, ich hab nur bei 190. Björn, hast du Bock mitzumachen? Komm gerne mit... Mit rein. Äh, Mapcode... Ey, Claudio, danke, Bruder. Danke, danke, danke. Claudio, einfach schon Mapcode reinhauen. Ich hab ne Frage. Gibt's da eigentlich auch, ähm, Schockwellen? Gibt es? Ja, gibt es. Oben. Ganz schön, mein Freund. Ja, doch, gibt es. Oben. Bei meinem... Bei meinem Main-Skin. Ach. Cool. Muss man am Anfang immer ein bisschen suchen. Aber... Ah, nein. Ach, äh... Digga, ich kann auch einfach Claudio... Nachricht anpinnen, ne? Claudio, dankeschön. Pus geht raus. Nachricht ist angepinnt. Ach, geil. Ich freu mich. Ich freu mich. Richtig geiler Tag. Also kann kaum mehr besser werden. Ich schwör. War nicht so fertig. Oh. Fertig, ich bin schon mal ein Wandgeber. Wer denn runter? Und rügen bis hierhin. So, Jungs, Mädels, sonst alles gut bei euch? Ja. Okay, das ist super, das freut mich. Das freut mich. Das ist schön. Patsche. Freitag ist immer der beste Tag. Bruder, ganz deiner Meinung, ich freu mich auch immer auf Freitag. Ich hatte die Woche super viel zu tun gehabt. Und ich bin froh, es ist wieder Freitag. Ich kann wieder die ganze Zeit streamen. Äh... Wochenende und gehen die Streams doch das Beste. Bruder, danke, danke, danke. Frühlich. Frühlich auch. Frühlich auch. Okay. Frühlich, du bist du. Frühlich, du bist du. Oh, da. Oh, mir läuft es voll. Hä? Oh, mir läuft es richtig. Hä? Ich kann nicht schießen. Ich stell grad gar nichts mehr. Warum, was los? Geh nicht, kann nicht schießen. Äh, warum nicht? Keine Ahnung. Vielleicht, du bist zu hoch. Ach so, ja, dann bist du zu hoch. Ja, genau. Stimmt, guter Call. Ich geh grad unten, aber ich kann immer noch nicht. Ja, manchmal lag das auch ein bisschen, äh, weil... Oha, also bei irgendwen knallt die Tastatur und Maus gerade brutal. Ja, ich weiß auch. Ich glaub, ich glaub, das ist Franky wieder. Genau. Franky? Wieder mit Franky? Ja, das ist immer bei Franky. Also, das heißt immer nein. Das ist jetzt die Böse gemeint, Franky. Ich mach ein Zeichen. Äh... Sollte man haben. Sollte man... Oha, stark von der Seite, Lukas. Nicht schlecht. Ich geh mal ganz kurz Spielkanal. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Kings, Blix. Blix. Genie? Ja, Genie. Ja. Äh, Ryan, bist du das? Ja, ich bin das. Wie geht's? Ey, gut, Kumpel. Und man hört sich immer noch so scheiße doppelt bei dir. Ja. Aber nicht schlimm. Nicht schlimm, mein Freund. Nicht schlimm. Schön, dass du da bist. Danke, ja. Gerne, gerne. Ich war so lange nicht mehr da. Ich war im Urlaub und so. Und deswegen... Wie war? Ja. Marokko? Marokko und Türkei, ja. Oh, stabil, Bro. Mashallah. Cool. Cool. Cool, Kumpel. Nice. Und sonst alles gut? Alles gut? Ja, bei dir? Auch, oder auch. Hab grad endlich die E-Mail von YouTube bekommen. Mein Kanal ist jetzt komplett monetarisiert auf YouTube. Also richtig cool. Ah, cool. Ja, endlich. Oha, boah, cool. Jetzt gibt's auch Geld bei YouTube. Nicht nur auf TikTok. Oha, cool. War echt ein langer, harter Weg gewesen. Ja. Ich hoffe, dass es endlich geklappt hat. War echt schön. Und grade im Swim vor einer Stunde kam die E-Mail. Der Kanal ist halt zugelassen und monetarisiert, ne? Oha. Das wird ja komplett geprüft. Ich hab' dich ausgelastet. Ja, Bruder, ich hab' dich gefreut. Ich hab' mich echt gefreut. Und wenn du jetzt im Swim bist, dann siehst du unten so dieses Logo mit diesem Geldschein. Und dann kann man jetzt halt auch so Sachen kaufen. Sticker, Superchat, Mitgliedschaft und so. Ja, Mann, ja, Mann. Oha. Ja, endlich. Voll cool. Ja, ja, Mann. Richtig cool sogar. Auf Mitgliedschaft werde ich mich freuen, ich glaub' ich... Ja, also mit meinen Abonnenten zocke ich halt auch immer so privat. Die haben ja... Die sind immer bevorzugt halt, ne? Ja. Genau. Ryan, ich geh' erstmal wieder rüber zu den anderen, ja? Bis später kommen wir. Bis später kommen wir. Ja, bis später. Was? Claudio, was? Claudio, was? Ah, hab' vergessen. Haha, okay. So, David? Ja? Hey, was geht's? Wo willst du? Nein, nicht sterben. Ich will zu Gany. Oh. Bitte nicht killen, bitte nicht killen. Nein, wir laufen, Gany. Wo ist Gany? Äh, unten. Irgendwo. Irgendwo. Irgendwo? Ich wurde geheadshotzt, Leute. Gany? Ja? Wieso ist eigentlich auf deiner Map, wenn ich mir das Medi-Kit schnappe, dann kann ich das meistens nur einmal benutzen? Wirklich? Ja, dann ist es meistens, dass du mal momentan verschwunden. Oh! Äh, probier's mal mit den Pilzen, die da oben liegen. Äh, das ist vermutlich ein Bug. Das, also, du bist doch, du bist doch die, die Erste, äh, die das nutzt. Also, äh, die Erste. Warte mal, von wem kam das jetzt nochmal? Gany, warte mal, was hier gebaut wurde. Warte mal, was hier gebaut wurde. Warte mal, was hier gebaut wurde. Oh, an der Rakete, glaub ich. Äh, ähm. Der erste, sorry, Kumpel. Der ist jetzt weg. Ähm, probier mal die Pilze, die da oben liegen. Warte mal. Lass dich mal killen und dann zeig ich dir das mal. Aber, äh, die Rakete, die Rakete könnt ihr ruhig bauen, alles gut. Ist nichts verbotenes. Ey, du da. Uzi. Captain Blue, come on. Come on. Raul. Raul war das, glaub ich. Oh, Bruder. Was ein geiler Tag, ich schwöre, Deckard. Was ein geiler Tag. Eugenie? Ja? Ich wollte mich grad killen lassen, deshalb hab ich einen angeschossen. Ja. Ausversehen hab ich ihn dann in den Headshot gegeben. Ausversehen. Stopp. Ja, kann schon mal passieren. Ausversehen. Ich hab ihm ausversehen, Headshot. Ja, sonst geht's schnell. Ey, Bruder. Doch immer was hier ist, kannst du mich killen? Kill mich mal, Alter, du wirst es. Hier. Kill mich. Nee. Ach, bitte. Danke. Ach, wie schön. Krass. Geil. Ich probier's jetzt auch, Mann. Mach das, komm mal. Mach das, komm mal. Das wär nicht schade. Geni, wie wüsst du? Äh, oben. Oben beim Fisch hier. Also mein Main-Skin. Ihr kennt alle mein Main-Skin. Geil. Richtig, richtig geil. So, vielleicht tun wir noch ein Kumpel, wie ich das testen kann. Warte mal, Kumpel. Warte mal. Warte mal. Wie geil, einfach. Geil, echt. Äh, so, was soll ich machen? Erzähl. Ähm, ich möchte gucken, ob das auch ein Bug bei mir ist. Ach so. Äh, Medikit. Meinst du? Oh. Na, ich nehm mir auch mal ein Medikit. Dann spring ich mal runter. Bei mir zeigt er unendlich an. Warte. Spring mal Leon in die Ecke. Äh, hier. Stopp, stopp. Warte. Ach so, mehr. Noch ein bisschen mehr Schaden. Ja, stopp. Ich kill nicht. Ich will nur zu. Ja. Mich noch nicht killen. Warte mal bitte. Ich wollte einfach zwei... Neoni, hab ich gesehen gehabt. Ey, bei mir ist das auch weg. Stimmt. Das Medikit ist bei mir auch weg. Aber deswegen... Äh, na klar. Ja. Oh, scheiße. Fuck. Sorry. Nicht schlimm. Sorry, aber nimm am besten die Fische. Äh, Leon, ich hab's gesehen gehabt. Richtig stark. Zwei in Matte ist echt cool. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Oh. Hey Geni, schüttet uns. Oha, auch nice. Ich hab nur eins. Ich hab nur eins. Ich hab nur eins. Ich hab nur zwei. Ich hab nur eins. Ich hab nur mit Leap und Double durchlösen. Ich hab auch nicht viel. Aber dafür hab ich ne fünf Videos in Englisch. Ah, schwierig, Bro. Das ist schwierig. Ich hab jetzt wieder. Oh nein. Vor allem. Vor allem, man freut sich aufs Wochenende. Aber dann geht's superschnell wieder vorbei. Ja, ich weiß. Zu schnell. Jaaa. Weißt du was, ich fang gleich jetzt mal an. Äh, ich geh gleich auf und dann mach ich das mal mit dem Video. Ich mach mal so als Erste, versuch ich mit Welch zu kriegen. Gerne. Bauchchen. Gerne, 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 gerne. Gerne. Gerne, gerne. Oh, Digga, was ein geiler Tag. Ich kann nicht mehr. Das war echt, echt anstrengend, Leute. Echt anstrengend. Ganz, ganz dicke GW. Also Glückwunsch noch mal ganz groß. Danke, 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 Mann. Bitte lassen, bitte lassen. Ich bin lieb. Wirklich hart dafür gearbeitet. Äh, Jungs, Mädels. Äh, Zen zu. Hi, was geht? Herzlich willkommen. Ich geh mir schnell noch was zu trinken holen und bin gleich zurück, ja? Jaja. Ey, wollten wir nicht eigentlich so ein Skin Contest ein bisschen so machen? So, um bei E-Mode? Nein, meine, mit E-Mode so hier in Tibet. Spit. In the pit. Spezielle Map. Ich meine, in Tibet, um ein E-Mode von Ihnen zu bekommen. Machen hier, sobald die Leute sind. Wenn wir doch gerne machen. Darunter, äh, machen. Könnt ihr gerne alle eure Freunde mit? Ein Garten, die auf die Latte, wenn alle gerne beitreten. Wirklich? Wirklich? Ganz schlecht. Die Qualität vom Sound? Äh, ehrlich von... 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 Ehrlich von ... Aber es gibt hier einen richtig krassen Bug. Ich, du da. 1, 2, 3. Ja, jetzt besser. Ja? Ok, super. 1, 2, 3. Also nicht so viel? Ja, ja. Fliß nicht mal an. Fliß nicht mal an. Fliß nicht mal an. Ja, freu mich jetzt ja nochmal. Nochmal. Hm, ach so. Oha, ja. Ey, blau, was geht? Herzlich willkommen. Gerne mitmachen. Über den Mapcode beitreten. Ich hab mich auf dem Account noch gar nicht geedit. Also nicht böse sein. Gern über den Mapcode einfach beitreten. Auf entspannt. Ich geh mal ganz kurz nochmal zu Ryan. Ryan? Ja? Aber du bist hier ganz alleine. Komm doch in den Gruppenkanal. Aber viele werden dich vermutlich muten, weil man sich doppelt hört. Ja, das... Aber dann hörst du mich zumindestens, weißt du? Ok, ja. Komm rüber in den Gruppenkanal. Ok. So. Mein Bruder ist beigetreten. Ey, alle können beitreten. Alle können liebend gerne beitreten, Leute. Alle können beitreten, alle können mitmachen. Gar kein Thema. So. So, Ryan ist auch da. Also nicht wunderbar, Ryan hört man sich doppelt. Ryan, Ryan. Damit ihr schon mal Bescheid wisst. Kings Blix ist Ryan. Ich muss ihn leider auch stumm schalten, weil man sich doppelt hört. Aber Ryan weiß, ich mag ihn trotzdem. Nice. So, alles klar. Äh, Jungs und Mädels, ladet doch noch mal, äh, paar Leute von euch ein. Sobald wir 16 Leute sind, würde ich gerne so eine kleine Challenge mit euch machen. Und so zu 18 Uhr ein Skin Contest. Auf süß. Ja? Pauschen? Ich denke bei mir mal richtig schlimmen Wählern, deswegen gehe ich jetzt erstmal auf... Kein Problem, Bro. Schreib mir mal was ist, ja? Ich mach den erst... Ich mach den erst mal das Video. Gini? Jo, ja, ja. Ähm... Ich bin Deluxe auf meinem neuen Account. Ah, ey, Kumpel, was geht? Oh, du hörst dich auf einmal auch so anders an, Alter. Äh, kann der Controller sein. Ja, nice. Wie geht's dir? Gut dir? Mir geht's auch gut. Du bist jetzt hier Emsche Mol, ja? Nee, ich bin Deluxe 90. Vor allem 80 jetzt 90. Ah, Deluxe 90. Da wirst du. Und jetzt bin ich 80. Ah, okay. Okay, okay. Luke war das, ne? Ja. Jawoll. Stark, Kumpel. So süß, dass du meinen Namen noch kennst. Ja, ne? Und deine Vögel, Bruder, die werde ich auch nicht vergessen. Ja. Für mein Alter habe ich ein gutes Gedächtnis. Oh nein, bitte... Ich bin gleich zurück, ich muss kurz meinem Bruder was sagen. Kein Problem, Kumpel. Ey, bitte lass mich doch mal bei... Kein Problem. Ich höre alle doppelt. Ja, stumm schalten einfach. Ja, okay. Äh, bei wen ist denn die Musik da? Gott sei Dank habe ich damit auch keine Probleme mehr. Bei Emsche Mol. Alles klar. Ähm... Alter, ähm... Wo ist er hin? Ist er schon weg? Eben Pro ist auch da. Alter, der war auch lange nicht da. Eben. Hallo? Ja, moin. Moin, wie geht's dir Kumpel? Ich bin gelassen. Schön. Freut mich. Lange nichts von dir gehört. Nö. Schlagflach. Hm. Passiert, Kumpel, lege ich auch öfters. Also, dann spiele ich auf. Ja, locker eine ganze Woche. Ja, tschüss. Ich konnte auch nicht Schule gehen. Oh, naja, das ist ja meistens ganz gut eigentlich. Tschüss. So, Jungs, Mädels. Ich bin kurz pinkelnd, bin gleich zurück. Bis gleich. Bis gleich. Wer kelt mich die ganze Zeit? Ich will auch dazu gehen nicht. Das fackt langsam ab. Ey, Luke, bist du eigentlich beigetreten? Äh, doch. Doch. Ich denke, da waren so viele drin. Leck Eier. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Das ist einfach. Ja, nein, weck Eier. Nein, leck Eier. Leg Eier. Leck Eier, habt ihr schon. Ich bin ganz gut mit Eier. Eier leck nicht. Söpfen. nicht so was im stream also kumpel entweder zusammenreißen oder ich band dich hier weg ja ganz einfach natürlich hier reden wird auch gleich blockiert aus ein lauf dicker also ehrlich das ist so das ist so ein dreieriges kind das meint der gruppe schlimmer schlimmer ja ja klar ja wie traurig ja eigentlich wie wenig muss man geliebt werden ja der schreit förmlich nach aufmerksamkeit genie ja anzeigen hauptmeister natürlich man klar ich weiß nicht was unter der kindlein falsch gelaufen ist ja so traurig schwierig vier leute noch dann würde ich gerne eine challenge mit euch machen ich habe noch 62 leute kein problem einfach ruhig alle einladen ich gehe jetzt gehe ich aber wirklich pinkeln ich will ich will team ich will team ich will team nein ich will team wegen den städte offline und einer beschützten ich würde eigentlich nicht töten aber er meint mich zu töten ich kann mich einer tüten ich blick hier irgendwie der wahl sehr schön wenn mich einmal kurz kennen könnte dann häng ich hier nicht in der wand bitte bis heute wenn man bei dem wieder lobby ist geht drückt mal alle auf heute und favorisieren habe ich schon längst brot also da wir ja auch verlassen geht da steht favorisieren habe ich schon längst alles in sind gemacht erst was gemacht haben weil ich nicht mehr bei ihnen kommen dann gehen die beim pinkeln danke 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 ich höre immer fleißig mit man aber schrei nicht wieder beim scheißen das war nur einmal einmal ist genau kommen zwei leute noch jungs dann würde ich gerne so challenge mit euch starten zwei leute brauchen wir noch naja wir machen so eine kleine challenge ja was los bei mir sind sie auch vorhin weggegangen keine ahnung woran das liegt keine ahnung ist auch die schlimm die würde ich sowieso nicht empfehlen davon abgesehen ich kann nicht die würde ich sowieso nicht empfehlen diese genie jawohl zwei sachen erstens ja wie geht es seiner tochter gut gut danke der nachfrage wir haben also wir spielen jetzt auch immer fortnight naja so ein paar mal die woche genau und wenn sie von der schule kommt spielen wir ab und zu fortrat und geburtstag bekommt sie ja ein gaming laptop und dann wird noch lustiger glaube ich genau weil momentan spielt sie auf switch die guckt vielleicht auch sogar geradezu aber ich freue mich auf jeden fall ich freue mich weil bei mir in der community ihr seid alle nett korrekt und das macht auch immer spaß ich feiere das jetzt noch eine sache erzähl ja 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 klar weil sie noch ich habe das eigentlich vor aber ich bin meiner playstation treu geblieben habe mir jetzt eine playstation 5 geholt alles gut kumpel deswegen auch die geile quali jetzt bei dir mike so wir sind 16 leute ja wir sind 16 leute ja warte wir sind 16 leute jungs und mädels kommt wir starten eine kill challenge ja ich würde sagen wir machen jetzt bis 17 uhr 30 wer die meisten kills hat bis 17 uhr 30 ihr dürfte alle rein zu wetten wenn ihr keinen bock gehabt rein zu wetten ist auch nicht schlimm dann machen wir auf entspannen genau also ihr müsst nicht rein zu wetten ihr könnt müsst ihr aber nicht genau nur zu info ich klippe das jetzt einmal hier den punktestand klippe ich einmal schnell macht wieder mit den scheiß uhrzeit waffen okay so ist in meiner mit allem einfach mit allen jungs mit allem genau komm ab jetzt ab jetzt okay ich werde glaube ich auch ein bisschen rein zu wetten ich glaube ich werde auch ein bisschen rein zu wetten ich habe bock ich habe richtig gute laune alter ein mini ganz ehrenlos gefährlich ist sie noch drin irgendjemand wollte mini gang nehmen ich glaube dies dies gar nicht mehr drinnen glaube ich ich glaube diesen nämlich aber gönnt euch ist erlaubt ein thema stark luke hast du eigentlich tik tok aber ich bin es da okay weil ich stream jetzt auch super aber mit youtube gleichzeitig am liebsten immer auf einem wegen dem schad damit ich halt auf den schatten kann sonst werden halt viele leute manchmal sauer ja so eine karte noch wurde von allen seien so von von deinem aktiv für ganz community oder so müssen abend drauf schreiben also der plan war eigentlich der ersten gaming laptop und aber die mama wollte das nicht so wirklich und dann haben wir also das war der plan geben laptop dann habe ich mir gedacht bevor ich den laptop kaufe kann ich auch ein pc bauen aber dann wollte dass die mama halt nicht und dann haben wir uns jetzt wieder auf den laptop hat geeinigt also ja jetzt kriegst sie halt den laptop und geben die laptop noch gegen die jahre naja wie alt ist sie noch mal ja so die wird acht ja aber acht mit acht jahren einen eigenen pc haben ist ein bisschen weiß ich ja nicht wie man das nennen kann ja aber es wird alles digital es wird alles digital es wird alles digital und sie hat seitdem sie hier ist hat sie ein handy seitdem sie zwei ist hat sie ein tablet die vier sind die zwei jahre ist hat ein eigenes tablet ich hatte es mit zehn die jugend von heute nennt man das nicht nein ich bin das gut und so sie sich ja gerade mal bei 14 geworden ist stabil kumpel herzlichen glückwunsch man endlich mal ich kann sich mal hören wie alt bist du 13 wie alt bist du 13 wirklich jeder mensch ist 13 auf dieser welt ja bei mir sind gefühlt alle zwölf ich bin zehn ja in der community immer zwölf wie alt bist du zwölf wir sind gefühlt alle zwölf aber vielleicht auch 8 krass letztens ich hab mal auch so ein user gesehen der macht das einfach gefragt und wie alt seid ihr eigentlich meine community einer so ich bin zehn einer sagt ich bin zwölf und dann auf einmal so ja ich bin 94 ich denke mir was 39 oder 94 also was habe ich da gerade gehört es war wirklich so der guckt fort oder was ich denke mir aber aber das höre ich das höre ich auch fast jeden tag ja also ich finde alle gerade easy zu kühlen ja nein wie läuft wie läuft mit dem eben jetzt auf pläsi was wie läuft mit dem eben also auch bläsi gut also ich war ja immer playstation aber ich meine das ist ja andere controller der andere oder der neue sticker und so also technik sagen wir es so drei pyramiden einer sprintete rüber der hat bei der halben pyramidischen tot ok krass wo hartiger von wo stark von mir drin hast ja bruder mein main skin das ist ja das kind und ja hast du welche liste noch und die kills da ich schon mal wissen wie viel ich bisher ja warte mal müsste ich gleich gucken beziehungsweise david ja du musst alle muten david außer mich und andere guck mal bitte wie viele kills look hat der lüx der lüx 80 ich bin 80 das ist noch so sehr verwirrend ja ein bisschen sechs kills hat er ok 6 traurig ich habe gedacht mehr egal scheiß auf was hat der top 1 das ist meine rechte hand dicker wenn deine magischen finger noch mal spielen könnten ja dann einfach bescheid sagen wir das ist einmal diese dieser cc wie und okay das sind jetzt hier in der lobby kamer hat als erster wie viele kills ja ja die team ist was kommen lass mal gucken ja ja also wer team dieser dogan okay alles klar alles klar sie wie du hörst uns alle auf den spiderman film ja also sie wie bevor das gleiche eskaliert bitte aufhören zu team schaltet mal bitte alle stunden diesen c wie alle mal schulschalten ja eine sekunde dann kennt man aber zu niemanden niemanden ganz kurz weil das ist scheiße kein thema ich bin gleich zurück hallo dm die mir das brocken die hier die mitras kenn ich mich hallo hallo ok ok nicht schlimm 2 stunden wie bitte zwei stunden wirklich schon wieder stimmen naja fast 0 49 also 50 auf sich eigentlich nur ja hier hier sind mehrere team mehrere team auf ja mehr also gerade bis gerade haben die geteamt jetzt nicht mehr das war auf jeden fall dieser kavai der geteamt hat ja egal 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 scheiß drauf ne nicht kavai nicht kavai warte ne ne das war das war mhm chevy halt so ja der teamt immer noch weiter so machen gibt's irgendwelche verbotenen waffen nö kannst alles benutzen kannst alles benutzen auf einmal gibt's ja hab ich rausgenommen also ich finde diesen cover cover oder sowas wie der heißt keine ahnung einfach darauf scheißen und ignorieren das ist irgend 8 oder einfach drüberstehen ist egal luca hättest du mir noch genie luca ich habe ganz viele die so heißen wie du helfen wird ein bisschen auf die ich bringe ich bringe du genie jawoll du kennst du meine stimme warte 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 äh mich ja mich an mich ja du musst ganz viele muten du musst ganz viele muten sonst höfst du mich nicht einfach ignorieren drüberstehen ist egal der hat scheinbar keine freunde heißt wie heißt der ich habe alles gut kumpel ist gut lukas ja okay ja was los können wir gleich mal ein bettel machen wir schnell am night checken kann bruder nicht mit mir hat das ist lisa alles gut musst du nicht ich will probieren ich will gucken aber doch nicht mit mir bro ich fühle mich dabei dann gut okay wir können auch mal eins gegen eins machen wenn ihr bock habt würde ich machen ja okay aber bruder wie soll das machen warte mal das ist frankie frankie wie geht es hier gut das ist schön ja wenn ihr bock habt können wir gerne mal eins gegen eins machen der tanz hat wirklich aus dieser doch irgendwas ja dieser doc ist tot der auf den geh ich kann ich dich erinnern vor drei monaten mal da luca schreibt mir mal bitte einmal den namen rein und dann hätte ich dich also ich nehme keine anfragen an das ist mein main account der schon voll aber schreibt mir den namen rein und dann würde ich dich hätten ein thema nein ich wollte nicht runter springen das genie der kunden dort das maximale freundschaft fragen ich habe das ausgestellt auf dem account das ist mein creator account wo ich die kräfte vertrag haben genau dieser team das macht nimmt keine anfragen an bei mir im stream also viele idioten dabei genau deswegen sind weg ich gesagt bis 17 uhr weg was geht ja bis 17 30 machen wir bis 17 30 nein wer hat uns gekillt weiß ich nicht ich muss gehen was musst du 18 uhr auch wieder am start was geht man muss erst mal hier luca naja ich hoffe dass ich mit meinem main account auch irgendein skin contest gewinnen kann da kann ich mir hier noch mal was holen ich habe ich habe nur den crew bucket skin und battle pass skins ich habe ich habe mir so ein kenntchen 94 ferrari im shop genie was nicht verraten die sind nicht auch so irgendwie so ein richtiger oder sowas ja der habe ich mir geholt nein nein die sweater kiddie runaway luca dann ganz fettes dankeschön man danke luca danke 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 kommen kann ich beitreten klar gerne 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 ganz gerne beitreten kammer hitter ich will dir mein den größten respekt zeigen du hast wirklich das gestörteste aim wenn es wenn irgendjemand mit einer shockwave herumfliegt ne der hat mir wirklich gerade 190 in der luft gelasert ja ja kranky ist gut beide wir hatten beide dieselbe idee einfach hey was ist denn mein kleiner bruder hat eine frage ob den ich habe ihn gerade in der luft einfach geholt warst du das du hast mein herz getroffen genie ich bin jetzt so traurig ist gut mein bruder fragt ob du vielleicht ein stummen kannst schwierig dann höre ich leider nicht nur so viele aber kurz ja klar wo bist du ich habe gar nicht ich habe gar nicht gebetet ob du bist nicht minute stimmte robin war das dicker ja ich habe ich nicht nee das ist ein anderer account kumpel alles gut das ist einfach der accounting nicht viele kennen also die leute die leute die leute die leute 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 es ist schwierig wenn alle dazwischen reden ja wollte ich sagen dass wir hier nicht kurz ausreden so alles gut alles gut so er ist auch am start bro hallo gehen du wolltest irgendwas ja ja warte er dann hörst du mich er und du musst fast alle muten damit du mich hörst einfach fast alle muten genie ja ist das nun ist das normal dass meine dass meine mp sniper sound hat ja manchmal bruder das spinnt manchmal um sorry 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 robin genie hast du irgendwie so eine maschine dass man diese an seine waffen dran bauen kann oben weil sie werkbank ja klar ist oben natürlich weil ich finde die nicht wenn du oben sports gleich auf der linken seite bei meinem skin gleich linke seite ich mache das in ihren haus gebaut weil sie nicht captain blumeister ich glaube das war kumpel du kannst einfach beitreten einfach beitreten also könnte ich jetzt ja so gesagt alle double green so wenn ich einen schuss mache will ich da und dann mit uns kommt ein tanz den alle machen könnte diesen oder so den habe ich leider nicht warte warte ich kann gerade nicht hallo ich kann nicht warte warte da war es ja genie komm mach mit warte 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 wo jetzt 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 jawohl ja man ja mich ja ich höre dich alles gut aber mich ja es kommt nicht immer alles durch du musst ganz viele im juden sonst kommt das halt nicht durch der kanal der der spielkanal ist überfordert mit so vielen leuten also der gruppenkanal der schad auf youtube kumpel auf youtube kumpel auf youtube hey nein hey resetting resetting oh nein frankie digger ey wartet kommt her ich weiß ich war ein richtig krasser häuser baut ich brauche also ihr irgendjemand keine ahnung wer das haus gebaut hat aber der muss das haus bauen und ich baue die plattform davon äh herr captain blue ach so warte mal ich komme gleich wieder hallo hallo ja raul war das raul raul karl karl digger ich habe letztes auch gesagt digger karl war das wie geht's dir gut gut kumpel sehr gut sogar noch mal ich habe es vergessen äh also fast 13 halb zwei monate ok ok gut ich mach dich schon mal 13 cool stark karl ja boah der dünner hat geschmeckt habe ich mir von habe ich mich mit greater cause genie bestellt stark danke freut mich was hat der dünner man dazu gesagt äh er meinte ja ist super ok super gibt rabatt denn ne macht 7 euro ah nice bruder nice stark halt ja herzlich willkommen in unserer lustigen runde wieder mal heute ja jetzt wieder eine kill challenge äh ja ja genau aber musst du musst du dich mitmachen wenn du keinen bock hast alles gut wir machen gerade sowieso auf entspannt ja wir machen sowieso auf entspannt viele viele chillen einfach nur ich will nicht vier mal gewinnen ich will den anderen auf die stunde diese frau müller telefoniert hast genie v boah welche frau müller luca welche frau müller war das noch mal kann sein kumpel war das im live stream luca ich glaube im live stream habe ich nicht mit der frau müller telefoniert äh genie ja äh dings erzähl also bei kill challenge mache ich diesmal nicht so richtig mit weil ich will den anderen auch eine chance lassen die tun mir sonst leidt boah ja 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 bro aber wir haben frankie dabei und frankie ist echt krass drauf ne ja aber sonst werde ich ja auch krass drauf ja aber sonst werde ich ja auch so zweiter oder so ich habe halt ein skin eine pickaxe und ein emote skin und e-mote habe ich ja schon bekommen pickaxe warte ich noch ach wirklich ja kein thema kumpel ähm karl du müsstest mal bei einem anderen account adden äh beziehungsweise ich adde dich mal warte mal ich schreib mir das mal auf äh ich hab aber die meisten der account ne 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 ja ich hab wieder neun weil alle voll sind es sind alle accounts einfach voll es sind einfach alle voll äh karl hast du einen zettel und einen stift ähm ja also ich hab noch ne alte xbox karte die benutze ich einfach ja 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 schreib mal das bitte mal kurz auf was genau warte 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 und zwar äh warte mal hm ergibt sich irgendwer als ich aus interessant äh einfach geni tv g-i-n-i so wie immer ja genau genau ja genau und dann lehrzeichen äh tv groß ja also großes g denn ja e-n-i dann tv groß wie immer und dann lehrzeichen ja und dann tik tok ihnen einmal bitte adden und dann ich hab ein luxusfehler von dir gebaut ich hab heute bald kurz oha krass nice danke micha micha auch lange nichts von dir gehört kumpel ich weiß bestimmt fast ein monat alter ich hab dich fast vermisst fast fast bester auf meinem haus g-i-n-i 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 unterstrich tik tok ah ne unterstrich nicht warte ich ne 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 der ist ohne unterstrich also der account ist ohne ohne also du heißt jetzt schnell runterkommen genau g-i-n-i-pau leerzeichen tik tok ja so heißt du doch jetzt gerade auch oder bei mir heißt du gerade genauso scheiße warte mal wie hieß denn ein anderer account oder ich hab's vergessen ah ich hab alle karl nein hast du nicht hast du nicht karl hast du vermock hey moin was geht äh karl hast du äh discord ne leider nicht ne ok ganz kurz ich muss besser mein headset machen weil es grad bisschen komisch ein moment gib mir eine sekunde kein stresskumpel alles gut ich hab grad selber ich hab grad ne hab ich noch nicht sorry äh ja du bist äh spielkanal ja ich weiß weil ich kurz auch hier mit den jungs quatschen wollte ok bin wir da also ja was was war jetzt äh keine ahnung mit der pkx wenn du willst kannst du uns ja heute schenken ja 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 karl ich hab dich danke kumpel danke danke das weiß ich zu schätzen deswegen spiel ich auch gerne mit dir warte karl ich schreib mir das aber auch versprochen warte mal schreib mir das auch ich hab die ganze gedacht wo du bist auf kam äh geni ja ich hätte eine idee musst du natürlich machen ist nur eine idee natürlich firefighter was ist und zwar du machst ja nachher den skin contest jawohl wie immer gibt es eine belohnung natürlich ich meine nur es ist doch heute ja nein es ist heute doch dieser neue skin erschienen ja wicher genau du könntest die goldene skelette könntest den ja verlosen ja klar äh wie die machen im skin contest nein 1500 äh skin contest 18 uhr skin contest machen wir 18 uhr kannst du die weinschaftsanfrage von teierern gibt es ein Thema oder gibt es einfach nur nach Geschmack von dir äh nö äh für themen bin ich offen und äh was ist also thema könnt ihr eigentlich entscheiden können wir mal thema sport machen vielleicht ja keine schlechte idee wir machen aber eine abstimmung ok ok wir machen eine abstimmung firefighter äh meinst du jetzt mich ja oder wer wer war wer war firefighter nochmal der ist schon abonniert ah ok nico meinst du wenn man ein abo macht aber wenn man das für länger direkt bucht ob das halt nichts egal ist äh äh warte mal warte mal also pass auf ich hab firefighter hab ich schon in der liste auf dem account hab ich nicht oder doch auf dem account auf dem account hab ich nicht auf dem account hab ich nicht ah ok ja dann pass hm komm dein haus angucken du hast gute pickaxe im shop die kannst du mir schenken wenn die kann ich nicht Abo direkt für so länger bucht also pass auf äh meine abonnenten dürfen auch gerne mal meine abonnenten dürfen auch gerne mal das thema im skin contest aussuchen ne wer abo macht bei mir darf sich gerne ich bin abonnent äh äh wo denn wo bist du abonnent ich bin für eis ich bin für eis ich bin für eis soll ich denn äh achja pete pete das kam von dir ne äh ja 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 du bist aber abonnent auf tik tok nicht auf youtube du bist abonnent auf tik tok mein freund bei youtube oder bei tik tok mehr wie bitte aus tik tok oder youtube mehr äh äh weiß ich nicht musst du selber durchgucken kumpel kann ich dir grad gar nicht sagen ich hab ja unterschiedliche abos ich hab ja unterschiedliche abos ich fand sie eigentlich die genie ah luca nicht schlimm nicht schlimm alles gut hat nur genau den skin contest ich äh ich äh genie ist hier ich keine ahnung wie kanal ich gerade bin spielkanal hab ich nicht gesehen sorry 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 hab ich leider nicht gesehen vieles groß genie ja das ist kein thema für den skin contest erzähl das wünscht mir ich nicht von mir auch kein abo geben ja hab ich vorhin gerade eingeschaltet der kanal ist endlich monetarisiert auf youtube hab ich vorhin gerade angemacht seit zwei stunden ist das jetzt auch auf youtube wir gehen auf, wenn du mir das gar nicht angezeigt achso und unten wenn du im chat bist steht unten so dieses dollar zeichen auf youtube steht unten dieses dollar zeichen da kannst du sticker chat mitgliedschaft genau und auch mitgliedschaft super sticker super chatten und mitgliedschaft definitiv soll ich dir das in die kamera zeigen kann ich dir gerne in die kamera zwei sachen ich zeig dir das in die kamera warte schickt ihm auf die scott guck mal in die kamera ich muss dein freund noch ein skin schenken ich muss dein freund noch ein skin schenken wen denn? wartet mal wen muss ich denn ein skin schenken? der zucker niki zucker niki aber er wollte dass du es mir schenkst boah bro wann war denn das? und der her oha lukey vielen lieben dank digger dde 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 stark kuss geht raus mein freund aah mag ich hat der abo gegeben? ehhhhhhh warte ich weiß grad gar nicht ob das abo ist das ist erst seit heute aber wie kann ich das erst wie geil das aussieht digger stark mann ich werde bald auch noch mit clean sein gerne 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 ihr wisst bescheid äh lukas ich wäre dafür dass du nachher einfach das thema aussuchst für den skin contest du hast jetzt äh ja lukey the pro also du lukas ich wäre dafür dass du dir das deba für den skin contest aussuchst geni? ja dann muss ich mal überlegen wacht das kumpel lass dir Zeit bei welchen hörst du mich noch? ja da kann ich kein abo geben warte mal warte mal warte mal ich schau mal nach discord ja ja bin schon dabei hallo geni? ja ja was ist los was ist los was ist los ich hab gar nicht ich werde stung schalten ne ne bist du nicht es reden zu viele du musst aber viele muten der kanal ist überlastet bro der ist überlastet weil alle reden das funktioniert halt nicht äh ja weil ich ja also ich sehe das gerade hier bro ich sehe das gerade entweder hast du vielleicht kindersicherung drinne weil bei mir funktioniert das auf beiden handys tatsächlich bei mir wird das angezeigt kindersicherung eigentlich ähm könnte sein kindersicherung oder so ich weiß nicht oder kannst du runter scrollen oder 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 warte mal probier mal probier mal äh schließ mal den browser also schließ mal youtube und öffne mal youtube nochmal neu einfach nochmal neu öffnen hoch zu geni und mach mit mir den emot ey jungs eigentlich läuft noch nebenbei eine kill challenge aber ich glaube da haben nicht so viele bock drauf ja ja geni ich mach heute bei kill challenge nicht mit weil ne ist auch nicht schlimm ist ja auch nicht schlimm alles gut äh wenn du dir pickst in der in dem schubb die dir gefällt kannst du dir einfach holen geni äh zu geni und lasst euch töten dann machen wir den emot alle bitte schnell kommentern was 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 er hat einfach geld gespendet oder was jetzt ja luki hat einfach was reingehauen hier lukas kühlig nur nur durch solche sachen kann ich es mir auch echt leisten euch das zu verschenken ne alles was reinkommt mach ich also investiere ich hier wieder rein ne alles was reinkommt hier geht doch wieder an euch raus quasi äh luki warte mal lukas hat ne das ist glaube ich so ne chat nachricht das ist glaube ich so ne chat nachricht super chat super chat ist das deswegen wird ja auch so fett angezeigt fällt mir auf jeden fall endlich dann gehen wir haben gleichzeitig ich in der was habt ihr gleichzeitig im tanz unabhängig ah ok guck uns voll in die Augen hier let's go das sieht so geil aus alter das ist super chat gewesen das ist super chat gewesen lukas ja ja alles gut alles gut du musst ganz viele muten kumpel sonst kommt der saub nicht durch Oh, Luca, sorry, dass ich dein Haus nicht gesehen habe, mein Freund. Sorry, sorry, sorry. Genie? Ja? Ah, jetzt, ich habe ein paar Leute schon geschaltet. Ja, besser. Ja. Ja, du hast ja gesagt, diese eine willte jetzt schon das Thema, aber ich hätte eine Idee, vielleicht hier zur neuen Season einfach Thema Rom oder sowas. Oh ja. Oder Thema Uhrzeit oder irgendwie sowas halt. Ja, könnte man machen. Könnte man machen, aber auf jeden Fall, Lukas darf sich Thema aussuchen. Er ist Top Supporter. Echt? Ja, naja, auf beiden Kanälen, auf YouTube und TikTok, gehört er zu den Top Supportern. Ach ja, und hier oben ist auch die Werkbank. Wie wird man Top Supporter? Naja, durch Donations. Er hat auf TikTok ein Abo bei mir. Wie bitte? Ich habe das gerade leider nicht gehört. Nochmal, bitte. Spielt keine Rolle, beides ist gut. Beides ist gut. Ob du bei TikTok ein Abo machst oder YouTube spielt keine Rolle. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich auf YouTube ein bisschen mehr bekomme, wie auf TikTok. Ich glaube, das sind... Ja. Scheiße. Könnt ihr mich mal killen? Ich habe falsche Waffe. Ich habe falsche Waffe. Ich habe falsche Waffe. Dann springen wir. Was sagst du? Boah, Alter. Wollen wir mal eins gegen eins machen? Hattet ihr Bock gleich? Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja. Ja, wir machen erst mal das noch zu Ende. Also, wir haben noch acht Minuten. Frankie hat bestimmt sowieso gewonnen. Ja. Euro bei mir, 250. Dieses Superchat. 250? Kann sein. Aber man kann das einstellen. Es geht ein Euro, es geht zwei. Lass es, lass es, lass es. Fünf. Kann man das einstellen? Ich will Genies zu, Kamerl. Fünf Euro spenden. Genie? Kann man? Ja. Switch it. Digga, man kann 500 Euro spenden, Alter. Let's go. Oh mein Gott. Oha. Nicht schlecht. Ob ich den naten würde. Nicht schlecht. Wenn ich spenden könnte, dann würde ich spenden. Aber ich kann nicht spenden. Digga. Die Schlimmkumpel. Die Schlimmkumpel. Die Schlimmkumpel. Ey, Genie hört man nicht. Ich wollte die doch nicht tun. Ich will nur zu Genie. Meine Güte. Man hört dich. Erdon. Aber du musst alle andere muten. Sonst höre ich dich halt nicht. Der Kanal ist überlastet. Weil zu viele Leute drin wissen. Kannst du mich mal bitte killen? Ich brauche eine Sniper. Danke. Danke, Frankie. Sehr nett von dir. Wann gehst du auf Twitch live? Ich gehe nicht auf Twitch live. Hast du überlegt, dass du auf Twitch gehst? Nee, nee. Das sind so viele nackte Frauen. Willst du auf Twitch live gehen? Ja, war ich früher. War ich früher. Hä? Ich war früher auf Twitch live. Das sind so viele nackte Weiber, Bruder. Und ich möchte nicht viele... Ja, Lisa, was ist los? Warte, warte, warte. Worauf? Schau. Ja. Schau. Schau. Oh, ich sehe schon. Uiuiui. Oh, hübsch. Hübsch. Ja. Ja. Aber du musst noch ein bisschen üben. Das sah noch ein bisschen krakelig aus. Nee, nee. Ist da was passiert? Äh, nö. Alles gut. Alles gut, Bro. Echt geiler Tag. Also damit... Hätte ich heute nicht gerechnet. Echt nice heute. Gefällt mir. Ja, ja. Genie? Ja. Einwort Genie. 21. Äh, ja, genau. Warte mal, aber wir haben noch 5 Minuten. Warte mal, aber wir haben noch 5 Minuten. Ja, ja, genau. Wir haben noch 5 Minuten. Ja, ja, genau. Wir haben noch 5 Minuten. Oh, könnt ihr bitte mal streamen? Oh, könnt ihr bitte mal streamen? Also machen. Das ist glaube ich nicht der streamen. Nee, da. Das ist glaube ich nicht der streamen. Nee, da. 1, 2, 3. Oh, hart Emre. Was ist das? Habe ich auch schon... Ah, nein. Ja, doch. Dann habe ich auch schon stumm geschaltet. Keat ist da. Frankie redet sowieso so gut wie gar nicht. Joa, nice. Oh, Micha ist wieder raus. Also, Jungs, Mädels, ihr dürft mir nicht böse sein, wenn ich euch nicht höre, ja? Das liegt daran, dass der Kanal überfordert ist. Ganz einfach. Ja, ja, ist gut. Super. Hast du ja gesehen, Lisa. Ihr habt ihn nicht gemütet. Ja. Ja. Eine Frechheit, dass du mir das überhaupt zutraust. Dass ich dich reden will. Ja, okay, gut. Entschuldigung angenommen. David, machst du denn die Auswertung bitte gleich? Also, in 5 Minuten. Ich denke, wir wissen, wer der Gewinner sein wird, aber trotzdem. Genie. Ja. Der Gewinner der Herzen auf jeden Fall, Bruder. Ich wollte dich eigentlich nicht mehr was fragen, aber okay. Ansage. Was wolltest du mich fragen? Fahnen Spaß. Ah, okay. Ich wollte eh nicht antworten. Ich wollte eigentlich gar nicht fragen. Okay. Auswertung in 2 Minuten. Was, was, was? Was sagst du? Sorry, Lukas. Weißgesinnt, Freunde. Oh, sorry, Happy Monkey. Oh. Okay, stark. Stark, Robin. Weiß, was ist das Thema für Skin Contest? Äh, nee, das entscheidet Lukas. Lukas darf Thema aussuchen. Skin Contest. Oh. Genie? Äh, ja. Ja. Erzähl. Ich bin da. Ja, äh, wie viele Abonnenten hast du gerade? Auf YouTube? Meinst du auf YouTube? Ja, auf YouTube. Meinst du jetzt Follower? Oder, oder wie? Oder halt Abonnenten. Follower. Follower. Warte mal, sag ich dir. Ja. Äh, 1312. 1312. Follow. Also Abonnenten. Ja, ich hab ca. 20 Freunden dazu gezwungen, dich zu abonnieren. Na. Ich hab der Hals gepackt. Okay. Also, äh, du musst keinen Swing, Kumpel. Ähm, aber freut mich trotzdem. Wenn die das feiern, gerne. Ja. Stark. Ey, warum hab ich Happy Monkey blockiert? Was hat er gemacht eigentlich? Ich glaub, er hat beleidigt. Ja, ne? Warte mal. 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 Hörst du mich? Ja. Ja. Jo. Und warum hab ich dich blockiert? Du hast mich beleidigt, hab ich gehört, ne? Ich beleidigt. Ich glaube, das war ein, aber ich dir viele übernachrichtigte. Also, ich hab's auch gar nicht. Okay. Ich hab' gefragt. Ja, ich hab' gefragt. Ja, ich hab' gefragt. Ja, ich hab' gefragt. Okay, gut. Dann hast du mich letzte Woche, glaub' ich, voll gespammt, ne? Ja. Aber Kumpel ist nicht schlimm. Vergessen. Vergeben und vergessen. Alles gut. Einfach in Zukunft nicht vollspam. Ja. Dann kannst du natürlich gerne... Klabers. Geni? Ja. Geni, ich hab' mich gerecht für den Snipe. Ach, kein Thema, Bro. Alles gut. Geni, ich hab' bald Geburtstag. Geni? Oh no way. Wer hat heute Geburtstag? Fuck. Wer... Adon hat heute Geburtstag? Hey, no way. Oh Gott. Ja, ich... Hör' dich leider nicht so gut. Geburtstag, also... Geni? Ja. Ich hab' ne Frage. Ja. Ja, ich hör' dich. Kann ich... Kann ich dann gleich sozusagen dein... Bodyguard? Wie soll ich sagen? Bodyguard. Ja, gerne, klar. Kann ich das auch sein, weil ich war das noch nie. Ich war zwar zweimal bei... Den 1 on 1. Ja. Also 1 on 1 machen wir gleich. Äh, in einer Minute. David, wertet mal bitte... Aus... Karma Hitler hat gewonnen. Okay, Frankie hat wieder gewonnen. Ja. Ja. Stark, aber das hab' ich dir gegönnt. Warte mal, ich muss Frankie aufschreiben. Boah, krass. Aber ey, Frankie hat eigentlich schon echt gutes Guthaben aufgebaut, ne? Frankie? Warte mal, ich hab'n grad gemütet gehabt. So. Ey, Frankie? Ja? Du hast schon echt gutes Guthaben aufgebaut, ne? Also, du könntest dir demnächst mal ruhig mal was gönnen. Ja. Abgesehen vom Battle Pass, weil da... Das mach' ich nicht. Aber gerne was aus dem Shop. Okay. Ja. Nur zur Info, ne? Du weißt, ich steh' immer zu meinem wardrobe und du machst ja regelmäßig mit, also von daher kannst du demnächst... Jetzt wieder hier 200, los, ne? Nur zur Info. Wie viel Guthaben hat er? Weiß ich nicht, Frankie hat bestimmt schon über 1000. Frankie hat schon gut was angesammelt, seit Monaten hat er gespart, Digga. 1000 Euro? Nee, haha, schön her. 10.000 Euro. Was ist denn das? 1000 Rosen? Äh, warte mal, 500? Nochmal. 200? 200? 500? Warte mal. 400? Plus? 200 sind 600? 800? 1.300? 1.400? 1.500, Frankie? 1.500? Ich schreib das nochmal rein in die Chat bei uns. Äh. Nur zur Info. Spass. Ey, ich weiß nicht auch, Clive. Äh, später. Jules, was geht, Kumpel? Annika, der alte Sammler. Was... Hahaha, ja stimmt. Genau. Genau, genau, genau. Ey, na komm, Jungs und Mädels, wir gehen mal in die Lobby und wenn ihr rausgeht, bitte favorisieren und auf Gefällt mir drücken. Würde mich freuen. Hab ich schon. Dankeschön. Aber kannst du jedes Mal neu machen. Also, auch gefällt mir. Favoritisieren hab ich direkt gemacht. Äh, Genie. Stark. Jawoll. Ähm, kann es sein, dass du nicht also Beat the Bearish als Max eingespeichert hast? Ja, hab ich. War das jetzt falsch? Nein, 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 das ist mein kleiner Bruder. Äh, dieser Beat the M-Max, der hat einen neuen Account. Und der hat den Playstation geholt. Deswegen müsstest du den einmal als Max einspeichern. Warte mal, also guck mal. Äh, Beat the Bearish. Äh. Lukas. Lukas. Warte mal, dann mach ich das natürlich, dann ändere ich das. Lukas, wie alt warst du noch? Warte mal, wie alt warst du noch mal, Lukas? Hallo? 12. 12, alles klar. So. Äh. Genau. So, Lukas hab ich geändert. Beat the Bearish. Warte mal, warte mal, warte mal. Warum mach ich alle doppelt? Ja, muss muten, muss muten. Okay, mach ich. Okay. So. So. Okay, Beat is am Start, alle am Start. Äh, Lukas? Mhm. Ja. Hast du dir schon ein Thema überlegt? Oder hast du keinen Bock oder so? Also kannst du, ne, dann können wir auch... Wenn? Ja. Ich hätte eins. Ja, Moment, 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 Moment. Ich möchte jetzt nur Lukas hören, bitte. Luki the Pro. Oh, ich hör dich gerade ja gerade nicht. Schreib mal bitte in den Chat, ich hör dich gerade irgendwie nicht. Hallo. Jo, jetzt. Ja, ich hör dich, Luki. Jo, Lukas, jetzt hör ich dich wieder. Jetzt hör ich dich. Ich hör dich stumm schalten. Bruder, ich hab dich nicht stumm geschaltet. Also... Nein, nein, wen? Weil ich hör mich doppelt. Ach so. Äh, du kannst Aaron, Happy Monkey, Rohat... Äh, genau. Die kannst du alle stumm schalten. Ich bin eigentlich schon benötet. Kannst du stumm schalten? Mit wem was, stumm schalten? Also, es ist schwierig, wenn der Kanal so überfüllt ist. Nicht stumm schalten, ne? Was ist los, Aaron? Ich soll nicht stumm schalten. Nee, du bist noch nicht stumm geschaltet. Alles gut. Du hast gesagt, er kann nicht... Alles gut? Nee, nee, du hast gesagt, er kann nicht stumm schalten. Ja, ja, ja. Kann er ja auch. Ist ja nichts Schlimmes. Ist ja nichts Schlimmes. Boah, Lukas kam wieder leider nicht an. Noch mal, bitte. Ich hätte jetzt als Ent wieder egal oder Dingsterbums. Oder? Dingsterbums? Was ist Dingsterbums? Ich kenne das aber nicht. Nicht mehr. Nicht schlimm. Äh, Lukas, sollen wir sonst mal eine Abstimmung machen im Stream? Ja. Ja? Okay, Jungs und Mädels, schreibt mal bitte alle einen Vorschlag für den Skin Contest rein. Alle mal einen Vorschlag reinschreiben und ich mache dann daraus gleich eine Abstimmung, was wir machen werden. Also, ich egal. Okay, Sport, Avatar, okay. Modern. Egal. Okay, ich mache eine Umfrage draus. Modern. Wie bitte? Modern. Modern? Ja, warte, warte, warte. Ja, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Hm. Das entscheidet gleich die ganze Community. Das ist nicht ich. So, warte mal, Umfrage starten. Okay, ich muss mal jemanden hier rausschmeißen. Ja, das ist so ein Dings, das ist kein echter. really cool, super. E. Genau, zuerst das stimmt. Ja, ja gleich, gleich, gleich. Brandon, ich glaube, das stimmt. Umfrage starten, jetzt hier, jetzt aber Kein Contest? Ja, machen wir gleich, warte mal, wir machen jetzt eine Abstimmung Du musst den einen mit den Odee Skins rausschmeißen, weil das ist ein Skin Changer Ja, ich weiß, das ist irgendwie so ein Lauch Wer ist das genau? Julianus TT, den musst du raus machen, weil das können wir nicht spielen Wer nervt uns noch? Das ist wirklich, glaube ich Aber was ist ein Skin Changer? Genie Ja, das ist fake Vielleicht noch der Luchse, aber ich glaube nicht Genie, hallo? Ja Der Typ, den du gerade geklickt hast, hat der FNCS-Hacke und zwar die alte O.G. Hacke, ne? Ja, irgendwelche Fakes Irgendwelche Fakes Fakes Wie denn? Ja, Bruder, das sind Ach, ich möchte das jetzt nicht sagen, die im Stream Ja, okay, okay Ja, das sind so ne Assis, Mann Boah, ich hab grad gedacht, Alter Ach Weißt du, die kaufen sich irgendwelche Accounts, die von irgendwelchen Kindern geklaut sind Und Das kann man, das kann man, das kann man, das kann man beantworten Ja, ja Das muss man nix kaufen Bro, ja, dieses Programm kannst du dir runterladen, diesen Skin Changer Ist halt auch total ehrenlos, weißt Ziehst du dir ein Programm drauf und dann sieht es aus, als wenn du den Skin hast Aber hast du halt gar nicht, Digga Skin Changer ist eigentlich nicht mehr erlaubt Aber warte, ich hab grad echt gesagt, dass ich wirklich Ich hoffe, der macht das der Runde Ja, Andika ist auch am Start Oh, Thema Liebe, oh, schönes Thema Liebe? Ja Ja So, weitere Vorschläge Wer ist denn jetzt hier, Josef? Josef, ich bin ein cooler Name auf jeden Fall Fußball Oh, ich hasse Fußball Sorry, Pete Ich hasse Fußball Mag ich gar nicht Eugenie? Ja Du könntest doch auch machen gar kein Thema, dass jeder einfach ein Skin Combo macht Ja Richtig Kann man auch machen Äh, warte mal, hier Genau Jetzt mal so Jungs Oh ja, Digga, das ist auch Ja, warte mal, das reicht Ja, aber Gaming ist auch gut Natürlich So, Jungs, Mädels Umfrage ist gestartet Stimmt mal bitte ab Welches Thema wir machen Thema Du hast Sport vergessen Ja, da fällt Fußball mit rein Ich hab grad keinen Bock Auf Fußballskins Ich mag kein Fußball Aber Aber gerne auch Ja Das ist kein Fußball, Max Du machst mir aller Ehre Ich auch nicht Egal und Liebe Ja Fußball Ich mag Fußball Ja, ist ja Gott sei Dank alles Geschmackssache, Jungs Ne, seid mir da nicht böse Alles Geschmackssache Fußball ist halt nicht meins Boxen, Basketball Gerne, gerne, gerne Aber kein Fußball Knappes Rennen Ich würde noch sagen, bis dritte vor, oder? Warte, 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 wir warten kurz Wir warten kurz Thema Lost Annika, ich hoffe, das ist keine Anspielung Thema Genie schreiben können, aber ich glaube, das wird zu offensichtlich gewesen Ah Stark Äh, Genie? Ja? Hast du eigentlich Hobbys? Außer jetzt YouTube? Ja, gerne Mountainbiking, Kiten. Kennt ihr dieses Kiten mit so einem fetten Drachen, mit so einer großen Matte? Ja, sowas mache ich auch gerne. Ich gehe ab und zu auch gerne joggen, mache Sport. Also früher im Büro, jetzt bei mir im Wohnzimmer, habe ich eine fette Handtelbank. Dann mache ich fast jeden Tag ein bisschen Sport. Super. Schlafen finde ich auch super geil. Macht mir auch viel Spaß. Wie kann man Spaß beim Schlafen haben? Bruder, ich fühle mich danach immer gut. Nach dem Schlafen ist immer geil. So, die Tendenz. Das Träumen drauf ist fast mega geil. Was, was? Nochmal bitte? Wenn du luzides Träumen drauf hast, ist das mega geil. Ja, kann man ja trainieren, ne? Ja, ich habe trainiert. Genie. Mein Hobby kannst du auch erraten und zwar einer dieser Skins Lobby macht mein Hobby. Wer denn? Das musst du erraten. Hä? Achso. Ja, dann Karate oder sowas. Aber ich habe das schon gehört gehabt. Kickboxen. Kickboxen. Ich habe zehn Jahre geboxt, Kumpel. Nice. Das hat doch gereicht. Ich hätte irgendwer von euch. Ich sage gar nichts mehr. Hier ist mein Pausenbrot. Ich will nur dein Geld. Dein Brot interessiert mich. Nein, Spaß. Also, ich habe 500 Moneten. Ich habe einen Kampfschluss in den Schuh beim Spenden. Nein. Nein, Spaß. Nein, nein, so recht bin ich auch noch nicht. Ich auch nicht. Haben wir was gemeinsam? Geht doch nicht schön. So, wie sieht es aus? 42% modern. Was für ein Thema haben wir gerade? Modern, egal, Liebe. Aber Lukas möchte egal machen. Lukas, ich habe ja sowieso gesagt, du darfst Thema aussuchen. Von daher Thema egal. Juckt Mädels folgendes. Sucht euch euren Lieblingskin aus. Eure Lieblingspicke. Euren Lieblingshängigleiter. Euren Lieblingsemote. Was gibt es noch? Eure Lieblingsfood von mir aus auch. Story, story, story. Ich muss einen Spezialisten nehmen. Nimm, was du möchtest, Kumpel. Mir egal. Thema egal. Lukas, Lukas durfte sich aussuchen. Ganz kurz. Also, ich weiß halt nicht, welchen Lukas du immer meinst. Also, ich meine nur Lukis the Pro. Ich meine Lukis the Pro. Lukis the Pro. Wie, die machen wir mit Rucksack? Natürlich, Kumpel. Na klar. Piti, du bist ja bei mir auf TikTok-Abonnenten. Piti, soll mich entstimmen? Ich habe dich nicht gestimmt. Ah, wir sind noch mal. Ach so. Hallo. Ich weiß. Also, mein Alter, Kumpel. Muss das Backlink auch passen, oder muss das nur Lieblingsprobleme sein? Nein. Egal. Thema ist egal. Thema ist egal. Lukas durfte sich aussuchen. Also, Lukis the Pro. Also, Lukis the Pro. Du durfte sich aussuchen. Genau. Und Pete. Swifty Pete. Swifty Pete. Ah ja? Ja, du bist doch bei mir von TikTok, ne? Ja. Der das Abo hat, ne? Hörst du mich gut? Wie bitte? Hörst du mich gut? Nee, leider nicht. Du musst ganz viel im Juden, Kumpel. Du musst ganz viel im Juden. Ich habe alle gemütet außer dich. Ah, okay. Stark. Okay. Also, Pete, du hast ja das Abo bei mir auch auf TikTok, ne? Ja. Genau, dann muss ich dir hier nochmal einen Spitznamen geben, weil meine Abonnenten werden speziell gekennzeichnet. Stark. Machen wir auch mit Sprays? Ja, volles Programm. Volles Programm. Komplett. Komplett. So, nice. Ich glaube, ich habe hier irgendwas übersehen. Warum stehen da jetzt auf einmal drei Euro? Stark. Wer setzt denn da eigentlich gerade aus? Gruppeneinladung. Nee, nee, nee. Lass mal. Nicht. Ich schuf wieder. Jungs, Mädels, sehe ich richtig, dass da... Ach, nee. Jetzt ist es weg. Ich dachte, wir sind jetzt auf Aussetzen. Alles klar. Habt ihr ausgesucht? Ich muss doch ein bisschen... Da bin ich fertig. Ja, okay. Kein Stress. Dann sucht man in Ruhe aus. Ich gehe mal in die Küche und überlege mal, was ich gleich futtern werde. Ach ja, ich habe noch heute keine Banane gegessen. Stimmt. Immer eine Banane. Ja, ich gehe mal in die Küche. Dann ist's halt auch... Ja, ich gehe mal in die Küche. Äh, ja. Jenny, muss man auch Hängegleiter? Ja. 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 Fertig. Ah ne, Lackierung. Fast fertig. Ich wieder aus Versehen, die halbe Lobby töten. Was hast du gesagt? Hallo? Ich wieder aus Versehen, die halbe Lobby töten. Wer denn? Niemand, alles gut. Nagira. Ich hab nur das wiederholt, was er gesagt hat. Das ist nicht meine Äußerung gewesen. Fertig. Ich bin fertig. Fein. Machen wir die Skincore-Tests? Ja, warte, warte, warte. Ich hoffe, die Mädels waren auch gerade alle fleißig im Stream. Lisa eigentlich noch da? Ich schon mal. Hallo, hallo? Ja, ja. Warst du im Stream? Nee. Ah, das hast du nicht gesehen. Guck mal, wie schön das leuchtet. Wie lustig das aussieht. Na, was heißt lustig? Das sieht auf jeden Fall cool aus. Im Stream nebenbei, das sieht geil aus. Warte, 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 warte. Alle bereit machen. Ja, tschül, tschül, tschül. Tschül, tschül, warte. Ah. Was ist ein schöner Tag. Jungs, Wedels, ich freu mich. Echt richtig, richtig geil. Richtig, richtig nice. So, seid ihr alle ready? Wo kann man eigentlich eine Missgeschafft holen? Leonie, unten siehst du jetzt dieses Dollarzeichen. Da auf jeden Fall. Was ist der Code? Mapcode steht doch dickfett drinne, Rumpel. Wer mixt TV? Steht drinne der Mapcode. Jawoll. Rumpel hat mir den Spring gemacht. Okay, stark, cool. Wo kann man eigentlich Missgeschafft holen? Leonie? Ja. Du machst da so welche Tänze, so. Keine Ahnung. So, Disco. Das finde ich immer gut. Das finde ich immer gut. G. Jawoll. Wir machen in der achten, in der achten Klasse, ja. Ja. Nächstes Jahr machen wir einen Austausch und da können wir uns entscheiden, ob wir nach Frankreich oder nach Polen fahren. Oder Frankreich. Ja, nach Polen. Aber ich wollte fragen, wie nach Polen würdest du nehmen? Ich wäre definitiv nach Frankreich gegangen. Ich liebe französischen Hip-Hop. Also meine Form, ja, mein Favorit wäre Frankreich gewesen. Aber Polen ist auch super geil. Da gibt es super geiles Essen. Ist halt auch nice. Ich sag mal so, die Stadt Warschau ist viel sauberer als Polen. Ja, genau. Kili war letztes Jahr in Polen und da hat er mir so ein Paket aus Polen geschickt. Das war meine erste Fanpost damals gewesen. Ich habe mich halt für Polen entschieden, weil ich in Französisch eh nicht bald nach Frankreich war. Ah, okay. Gini? Ja. Ich gehe nach Holland. Hast du Lust, irgendwas zu bekommen? Nach Holland? Nee. Boah, was gibt es da? Oh, Glocks, Digga, wären geil. Diese Holzdinger. Oh, ich habe Größe 40. Oh, ich habe Größe 40. Auf Frauenfüße gefühlt einfach. Das würde ich fühlen, diese Holzschuhe aus Polen. Oder kennt ihr diese spezielle Prokriege? Oder Käse, Digga, noch besser. Ich nehme ein Kilo Käse. Ich nehme ein Kilo Käse. Mit ein Kilo Käse? Ja, ich liebe Käse, Mann. Es gibt auch eine Adresse von mir, ein Postfach. Kann ich euch gerne mal verlinken, mein Postfach. Dann könnt ihr mir auch sowas schicken. Gini? Ja. Kennst du aus Holland diese spezielle Prokoliart, oder was das war? Ja, aber Bruder, das brauche ich nicht. Die wegs, glaube ich, nur dort. Ja, ja, aber brauche ich nicht. Nee, brauche ich nicht. Alles gut. Da hege ich kein Interesse. Rosen, Tulpen, finde ich auch nett. Wartet mal kurz, wartet mal kurz. Wo war das nochmal gewesen? Hey, Jungs, Mädels, wartet mal. Nee, geh jeden essen. Das, was ist? Joseph Ali ist es beigetreten. Nee, geh jeden essen. Ah, okay. Alle, meine Lieben, die das noch nicht gemacht haben, alle mal bitte in den Itemshop gehen und auf süß Creator Code GDITV eintragen. Könnt ihr klein schreiben, würde mich tierisch freuen. Einfach G-E-N-I-T-V im Itemshop eintragen, auch wenn ihr keine V-Bucks habt. Spielt überhaupt keine Rolle, gibt auf jeden Fall fetten Support. Nur so kann ich es mir leistens, euch auch immer wieder diese ganzen Sachen zu verschenken. Jungs, würde mich auf jeden Fall tierisch freuen. Kostet nix, aber ich kriege ein paar Cents auf jeden Fall ab. Wäre echt cool. Ich würde mich freuen. Habe ich schon seit 10 Minuten vergessen. Ich habe es aus Versehen vergessen. Nicht schlimm. Kann passieren, alles gut. Gar kein Thema. Deswegen erinnere ich euch ja immer regelmäßig da dran. Ich hatte deinen Creator Code eingegeben, mir Fortnite Crew geholt. Nice, cool, stark. Genau, alle zwei Wochen kann man das Ding wieder erneuern oder man kann das halt auch jederzeit ändern. Aber auf jeden Fall gerne, gerne eintragen. Würde mich auf jeden Fall freuen. So. Warte, ich mache noch schnell die Music an. Dann gönne ich mir noch eine Banana. Hey, Jungs, mal eine Frage und Mädels. Hätte ich dir Interesse daran, wenn ich euch so ein Postfach zur Verfügung stelle, wo ihr dann so was hinschicken könnt, egal ob ein Foto, einen Brief oder sowas? Habt ihr Bock auf sowas? Ja, ja, ja. Okay, okay. Ja. Ja? Ja, okay, passt auf, das mache ich. Na. Dann kommt doch mal bitte in den Stream und schreibt euch das auf. Ich schicke das rein in den Stream direkt. Let's go. Kommt noch mal in den Stream und danach starten wir ins King Contest. Gib doch heute zwei oder drei Preise. Alles gut. Bin heute gut drauf. Loki und Luchse. Hm. Kein Stresskumpel, alles gut. Hattel, wenn ich euch eine Postfach zur Verfügung stelle, bitte. Ups. Ich liebe Bananen. Ich liebe Bananen. Bananen sind einfach köstlich. Bruder, ja, ganz deiner Meinung. Definitiv. Bananen sind sogar sehr, sehr köstlich. Immer wenn man Hunger hat, einfach kurz Bananen rein. Bananen machen auch voll so, ja. Ja, richtig. Bei mir typisch. Bei mir ist es so, ich nehme eine Bananen in die Schule und dann geiert die da. Aha, okay. Nein, er wird so, der Bananen. Es gab früher... Hätt ihr noch? Ja. Hätt ihr noch diese alten Brotdosen, die so aussehen wie eine Banane? Und dann vermitten der dann reingehört. Ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Der hatte ich damals in der Schule gehabt. Oha, krass. So, warte mal, warte mal, wie schiebe ich das jetzt am besten hier in den Stream rein? Äh, so, so, so. Jungs, Mädels, wartet, aufgepasst. Ich ziehe das jetzt mal rüber in den Stream. Jawohl, jetzt klappt's. Genau. Äh, hier Postfach, Postleitzahl. Alles offiziell. Ich bin eingetragen, überall bin registriert. Ist auch überhaupt kein Geheimnis. Schreibt euch das gerne auf, wenn ihr was schicken möchtet. Äh, wenn ihr was schicken möchtet, könnt ihr gerne an gen.itv.de, Postfach und Postleitzahl. Könnt ihr gerne was schicken, wenn ihr möchtet. Wo steht das? Äh, im Stream. Sollte das gleich kommen. Seht ihr gleich im Stream. Öffnet den Stream, schreibt euch das auf. Oder macht ein Screenshot. Ähm, warte mal, kümmere ich mich gleich drum. Macht euch ein Screenshot, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr da mal was hinschicken möchtet, könnt ihr gerne machen. Ist offiziell. Ähm, wird auch bald auf YouTube auf der Page verlinkt. Können wir alle jetzt wirklich machen? Jawohl. Ganz deiner Meinung? Ich mach bereit. Komm, wir machen die Skin Contest bei The Pit. Auf entspannt. Weil, look. Weit. Weit. Weit der Pit. Ja? Ja? Ich hab so eine Fanpost bekommen, ich muss so ein Fanpost, wie nennt man das? Opening machen, im Video. Mach ich, mach ich, versprochen sogar. Versprochen, mach ich. Ich pack dir nicht so einen Haufen Hundekots rein, wie bei Knossi. Ja, Emre, du musst gemutet, weil man sich bei dir doppelt hört. Hörst du? Hörst du? Rohat Emre. Rohat Emre. Okay, sorry mein Lieber, bei dir hört man sich leider mies doppelt. Dieser Eron muss noch bereit machen. Eron ist... Eron! 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 Leonie hat Schott gemacht. Alles klar. Ja, kein Problem Leonie. Alles öffentlich, gar kein Thema. Wie viel sympathisch. Dankeschön. Dankeschön Leonie, danke, danke. Ja, ja. Wir warten auf Eron. Wir warten auf Eron. Achso. Wir warten auf Eron. Wir warten auf Eron. Wir warten auf Eron. Achso. Äh, Scrax, wie heißt denn das in Fortnite? Schreib mal nach, schreib mal bitte rein. Schreib mal nach. Schreib mal nach. Schreib mal nach. Ich freu mich auf jeden Fall gleich, ich bin gespannt. Ich hab eine Frage, welchen Käse soll ich denn mitbringen? Boah, Bruder, egal. 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 Einer, der sich äh... Ach, Bruder, eigentlich egal. Nicht einen, der sofort schlecht wird. Auf jeden Fall. Weil ich krieg sofort einen... Er ist schon Karmesankäse. Oh ja, Bruder. Oh mein Gott, ja. Hartkäse, super geil. Oh, ja. Immer so schön mit Spaghetti und so. Ja, Mann. Ich hab grad vorgestern fett Bolognese gemacht, Mann. Das ess ich morgens, mittags, abends einfach. Hallo. Ich liebe Nudeln, Käse. Ach so. Genau so. Warte mal. Nehm ich gerne an, Kumpel. Warte mal. Klar. Nee. Warte mal. Ich akzeptiere überhaupt keine Anfragen. Ich bin wieder da. Jawohl. Nice. Äh... Jungs, Mädels, keiner schnappt sich Waffen. Keiner schnappt... Okay. Zu spät. Alles klar. Schnappt euch Waffen. Egal. Skin Contest. Ja, wir machen ja Skin Contest. Äh... Kannst du morgen bitte streamen? Äh... Leonie? Sprecht hier nicht. Aber ich werde mir Mühe geben. Äh... Wann soll ich denn streamen? Wann bist du da? Dann würde ich mich vielleicht ein bisschen... Äh... Danach richten. Wenn du das möchtest. Du bist ja auch schon so lange dabei. Über wen? Wartet mal. Wir bleiben oben. Wo geht's noch? Zensou. Also, Zensou habe ich nicht. Finde ich nicht. Ah ne, Squeaks war das. Ups, sorry. Ja, equals. Okay. Ab��. crawls Skackes nein sieben. David? Ja? Was tippelst du da fleißig? Ich baue. Ah, okay. Alles klar, Jamie hab dich angenommen. Frau Lonaise ist gut, Bro. Aber sowas fragt. rail Servum. Nice. Oh, es ist laut. Ja, super laut sogar. Nicht töten. Sooo... Nicht töten, Bro, bitte, bitte. Ne, 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 nicht töten. Ah, ich hab die Namen verwechselt. Tötet. Oh, da oben, ich will den Contest. Ja, ja, ja. Eron tötet mich. Warum? Keine Ahnung. Eron, warum killst du denn die Jungs? Wir machen den Contest. Ich will, dass die mich töten. Ja, aber warum tötest du denn die anderen? Wir machen den Contest. Die anderen nicht. Oh, warte. Oben. Oben. Sooo... Nicht schlimm, nicht schlimm, Leute. Ich hab heute... Schnappt euch Waffen, alles gut. Macht euch was ihr wollt. War kein Thema. Aber Leonie, soll ich dann YouTube machen? Unbedingt? Oder TikTok auch okay für dich? Schreib mal rein. Können eigentlich auch, wenn du in TikTok-Live gehst, können dort eigentlich auch Leute sein, die keinen TikTok haben? Ähm... Das ist eigentlich eine gute Frage. Weiß ich gar nicht so genau. Weil ich hab keins und ich würde da auch gerne mitmachen. Mh... Ähm... wieder jemanden gekillt. Ja, super. Was ist denn los jetzt hier mit ihm, Alter? Keine Ahnung. Wartet mal, ich komm gleich wieder. Squacks, hallo, hallo. Squacks, kannst du mich hören? Ja, ja, ja. Oh, Kumpel, wie geht's hier? Gut, gut, gut. Wie geht's hier? Auch gut, danke der Nachfrage. Wir kennen uns noch nicht. Du bist neu dazugekommen, glaube ich, ne? Ja. Okay, stark. Kumpel, herzlich willkommen. Komm doch mal rüber in den Gruppen-Kanal, dann hörst du mich auch. Okay, okay, okay. Ja? Alles klar, bloß klar. Gerne. So. Mir wäre das egal. Nicht YouTube, aber... Oh, alles klar, Leonie. Gut, weiß ich Bescheid. Dann weiß ich Bescheid. Wir haben das irgendwie anders mit dem Skin-Contest hier oben gemacht. Äh, ja, wir machen das heute einfach mal oben. Was ist jetzt hier mit... mit Erom? Killt da immer noch die Leute, oder was? Äh, da wurde gerade gekillt von deinem... Mein Kollege. Okay. Ich glaub, der passt jetzt auf. Kollege A. Alles klar. Jungs, Mädels, komm, ich würd sagen, wir fangen an. Komm, wir sind 14 Leute, das passt. Luki the Pro. Vielen lieben Dank, Bruder. Danke, danke, danke. Warte, wo ist Luki? Der ist sein. Wo ist der? Lukas, stark, Digga. Nice. Wo ist man auch da in Farben? Deine Info, falls der Typ nochmal kriegt. Äh, Lukas? Ich werde da bald noch richtig coole Emotes reinmachen und alles mögliche. Ne, denn, äh, bekommst du auch Videos von dir zur Verfügung gestellt, die kein anderer sieht. Ne, äh, da wird es auch eine große Auswahl geben. Ne, du bekommst Videomaterial, da kommen Fotos rein, von meiner Küche und sowas, so ein bisschen Roomtour, exklusiv nur für die Abonnenten. Damit du schonmal Bescheid reißt. Genau. So, Junge, ihr seid alle unten? Okay, ihr seid alle unten. Von denen hab's abgebaut. Es war ein Reset. Ja, okay, okay, nicht schlimm, nicht schlimm. Äh, könnt ihr euch mal gegenseitig killen, bitte? Killen bitte? Oder respawn. Killen? Ja genau, wir machen das oben. Wir machen das oben. David, bist du da? Ne. Okay, super. Ja, klinge ich dir. Stark. Unbedingt, müsstest du es im Stuhl unbedingt machen, das geht so nicht. Ja, ja, ja. Vielleicht, wenn du dann bei mir bist, dann kümmern wir uns gleich um den Stuhl. Ich würde dann mal mit Papa quatschen oder so. Ist ja kein Thema. Aber 5 Stunden auf dem Küchenstuhl ist schon hart. Glaube ich hier. Ich sitze hier manchmal 20 Stunden ohne Probleme. Also pass auf, Jungs und Mädels. Wir machen folgendes. Eva, wir machen grad Skin Contest, wenn du Bock hast. Thema egal. Oben gibt's so unkleide Kabine. Also pass auf. Wir machen von links von hier, bei diesem Sniper, hier von links nach rechts aufstellen. Hier in dieser Linie. Ich brauche doch Lieblingssachen. Warte, ich brauche nur ein Wasser. Kein Stress, kein Stress. Alles gut. Hier oben kann man sich sowieso nicht killen. Genau. Ihr stellt euch bitte hier auf der Linie auf. Auf der Linie auf. Ich mache heute auch drei Preise. Erster, zweiter, dritter. Auf entspannt. Weil ich heute richtig gute Laune habe. Weil ich heute richtig gute Laune habe. Was bekommen die Gewinner? Äh, Skin, Picke, Emote. Auf entspannt. Auf entspannt. Heute richtig geil. Das lief richtig gut. Ich freue mich tierisch. Deswegen gönne ich auch richtig gerne. So. Oh, da hinten steht noch einer. Der ist zu weit weg. Genau. David, du bist bei mir, ja? Ja. Okay. Chucky ist auch am Start. Hey Kumpel, wie geht's dir? Chucky, du kannst jetzt auch gerne Abo abschließen auf YouTube. Kanal ist jetzt komplett eingerichtet. Wenn du Bock hast, gönn dir Kumpel. Meine Abonnenten dürfen auch regelmäßig das Thema mitentscheiden und so. Vielleicht feierst du das ja auch. Genau. Alles klar. Äh, sonst Bodyguards? Bodyguards? Keiner, der mitmachen möchte. Alles klar. Gut. Oh Gott. Hast du mich stumm geschalten? Addon habe ich. Genau. Genau. Ich würde Bodyguard machen. Kannst du gerne machen, Kumpel? Dann müsstest du zu mir an die Seite kommen. Obwohl wir sind ja hier oben, hier kann ja eh nichts passieren. Das stimmt. Alles klar. So, komm. Wir fangen an mit dem ersten. Einmal nach vorne kommen. Also die erste. Einmal einen Schritt nach vorne. Okay. Stark. Einmal so Picke benutzen. Geht das hier oben eigentlich? Nee. Geht gar nicht. Okay. Nicht schlimm. Okay. Alles klar. Ich guck mal Back Bling an. Hm. Okay. Auch nice. Geht sehr gut. Hier. Chucky, mir geht das auch sehr, sehr gut. Ich schwöre. Alles nice. Richtig nice. Dankeschön. Wieder nach hinten. Oder hinter mich aufstellen. Genau. Oder hinter mir. Okay. Ich habe eine Frage, Geni. Geni. Kann man auch mitbewerten, wenn man Bodyguard ist? Nee. Bewerten tue nur ich. Weil ich das bezahle. Okay. Das ist ein bisschen schwierig. Aber deine Meinung kannst du gerne sagen. Wenn du möchtest. David. Was hältst du vom Back Bling? Digga. Das habe ich noch nie gesehen. Ich fühle das. Oh. Das ist geil. Hammer geil. Von wem ist das? Von mir. Ja. Wer ist von mir? Pickles auch. Ich. Also. Der Tisch. Also. Jaja. Josef. Josef. Alles klar. Okay. Nice Bro. Gerne hinter mir aufstellen. Gefällt mir gut. Okay. Der nächste bitte. Okay. Nice. Ja. Nice. Nice. Okay. Stark. Dankeschön. Komm hier das UFO. Ich denke. Ich fühle das. Ich glaube das ist Franky. 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 Franky hüpfer wenn du es bist. Ja. Alles klar. Das ist Franky. Stark. Okay. Nice. Ah. Back Bling ist auch geil. David. Meinung zum Back Bling. Ich feiere das. Dankeschön. Gib ich dir recht. Franky. Dankeschön. Jetzt hier der Weihnachtshund. Jungs. Stellt euch alle hier ruhig hin. Ja. Chillt eure Nuggets. Hier. Gibt Minuspunkte wenn ihr so wachsen macht. Okay. Nice. Wow. Ich fühle das Back Bling auch. Das gefällt mir. Alles klar. Wer ist das? Oh. Das ist cool. Deluxe Bro. Ah. Alles klar Bruder. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Danke. Danke. Oha. Guck mal. David. David. Der hat einfach hier dieses Back Bling. Was du bräuchtest. Hast du das eigentlich auch? Ich wusste nicht gar nicht, dass es gibt. Ich auch nicht. Ich glaube. Oha. Ich fühle das Back Bling auch, Digga. Die hauen mich heute vom Hocker. Okay. Nice. Wer ist das? Pete. Pete. Okay, Bro. Dankeschön. So der nächste. Jungs. Nicht springen einfach. Ja. Chill. Chill. Shit. Alles gut, David. Alles gut. Gibt Minus. Nice. Warte, ich fühl das Buch. Das Buch ist auch richtig nice. Und die Picke finde ich auch geil, alter. Und sogar ein Hut. Ich fühl's auch, nur der Skin hätte ein paar Farben mehr haben. Ja, aber nicht schlimm. Wer ist das jetzt hier? Das ist, warte. Check mal. Der ist nicht im Spark Kanal. Alles klar, nicht schlimm. Kein Problem. Okay, keine Faxen bitte. Der nächste bitte. Junge. Ja. Ja, ja. Schön. Alles cool. Was denn? Nervt. Wer denn? Der Avatar hier. Der macht ganz nett so. Ja, ist egal. Lass ihn mal. Alles gut. Ah, okay. Wer ist das hier vor mir? Der Grüne? David? Guck mal, wer das ist. Ach so, warte. Oder auch nicht da? Das Happy Monkey. Ah, das Happy Monkey. Alles klar. Dankeschön. Wow. Bruder, geile Kombi, Licka. Das fühl ich. Licka, ich auch. Das fühl ich. Chucky Boy ist auch am Start. Nice. Wow. Ausdruckt hier, glaube ich. Wer ist das? Das ist Nagira. Ah, das ist Anika. Ah, gefällt mir Anika. Okay, der nächste bitte. Deluxe? 90. Das ist Robin, glaube ich. ist das flug oder robben das ist robben aber 80 war doch ich muss hier fix den namen ändern war mal ist jetzt 90 oder also das ist jetzt hier oben definitiv und der andere ist look also der luxe 80 ist luke ja nur für den skin contest sonst bin ich habe gerade schon geändert du lauch alter ja okay nicht schlimm nein nein warte ich ändere wieder zurück okay okay stark der nächste bitte wo denn der gefällt mir auch das ist na wer ist das ist alles klar max nice kumpel gefällt mir auch gut dankeschön der nächste bitte ja ich fühle die demot ich schwöre wer ist das dass er uns alle gekillt hat das ist er okay okay ich fühle ich will die ich will die kombi ich fühle die kombi ist ja nicht schlimm ist ja nicht schlimm ist ja egal okay nice dankeschön aber das kind bin ich alles klar die turtles fühle ich das sind halt hände halt kenne aber passt passt du da aber dicker kann man nicht sagen also das passt optisch farblich not bad wer ist das das ist schacki ach das ist schacki ja okay nice schacki thema egal und so ne thema egal einfach so die blick skin damit das schon mal bescheid weiß okay stark okay wie ist das das ist eva hallo ich fühle ich auch gehört david klär mich bitte auf das backblinkt gehört das mit dazu weil es passt halt so gut kann ich nicht okay alles klar danke jungs und das schwert gehört auch dazu aber okay aber es passt trotzdem es passt trotzdem stark wie ich das liebe digga wie ihr so einfach so lexikon seid feiere ich also jungs die selbe reihenfolge noch mal ihr stellt euch jetzt bitte hier hier kommt der erste und von links nach rechts ja bitte dieselbe reihenfolge wie gerade eben schwer ja okay nicht schlimm nicht schlimm nicht schlimm alles gut so pass auf wir machen jetzt den hängegleiter wir fangen mit dem ersten an hier den weiblichen skin wir machen hängegleiter jetzt okay okay nice der nächste bitte ich fühle den skin so sehr dicker schade dass ich den ich habe das verpläst plästiges kinder und egal die kombi ist auch nice alter die kombi ist auch sehr sehr gleich mit einer nur mit so einer gesicht ja 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 okay der nächste wird ihr könnt respawn genau ihr könnt einfach respawn okay dankeschön ne du ne 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 ihr stellt euch bitte da in die ecke ne ne nicht vordrängeln ne ne da in die ecke wer vordrängelt kann sich hinten anstellen oder fliegt raus mir egal so okay der nächste bitte okay nice geil habe ich habe ich glaube ich noch nie gesehen alter echt cool naja ist okay dankeschön der nächste bitte hier frankie frankie wieder rakete digga frankie die rakete ok nice dankeschön der nächste bitte der weihnachtshund wer hat was gemacht wenn wir fertig sind achso könnt gerne oben wieder hinkommen oder unten warten egal eigentlich ich meine wohin oben achso egal hinter ich könnte wieder in die ecke stellen damit ihr auch was seht einfach in die ecke stellen okay das ist jetzt robben robben der war die beste raus aha ok nice alles robben dankeschön der nächste bitte ok den würde ich tatsächlich mir gleich gerne nochmal angucken ich bin nicht so ein fan von regenschirmen aber irgendwie hat er was das ist jetzt tatsächlich gar nicht mehr so schlimm alles gut alles gut das ist jetzt tatsächlich gar nicht mehr so schlimm können aber auch respawn machen der nächste bitte der nächste bitte such dir am ende raus ok auch nice ich war bei mir hey nicht in der luft killen frankie nicht in der luft killen das ehrenlos macht man nicht ich habe den hängegleiter noch nicht ganz angeguckt und die nächste bitte fühle ich fühle ich er ist geil ja was mein gleiter gerade eben kein kommentar gesagt doch habe ich doch habe ich definitiv ja ja genau 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 so der nächste bitte am ende oder aussortieren nee nee am ende ich sag immer da gibt es zum schluss hat er jetzt auch nice ja fliegt da bitte nicht immer so allzu weit an den rand bleibt irgendwie ein bisschen in der mitte dankeschön der nächste ja sonst sehe ich nichts das ist ja klar wie ich los bin ja ok der ist auch cool ich liebe diese farben voll mein ding ok nice dankeschön so der nächste das ist chucky das ist ja kein problem da wird alles gut dann geh der nächste bitte ok die krone passt natürlich auch stark ok nice jungs und mädels lass mal runter und jetzt wird nicht gekillt lass alle mal runter jungs mädels zuhören komm wir gehen hier an die ecke karmahütter ich hatte ihn davor schon gefaltet alles gut los ich übertreiben fangt ok ich wurde getötet von von wen denn also kommt bitte alle runter kommt bitte alle runter achso weiß den Namen nicht mehr nicht schlimm also hier stellt sich der erste auf genau oh sorry das war nicht mit absicht da stellt sich der erste auf alles gut genau alle nebeneinander bitte ey nicht vordrängeln jungs mädels nicht vordrängeln nicht vordrängeln gebt keine pluspunkte während hier vorne steht ich schwöre gebt ja eben minuspunkte wenn ihr euch vordrängeln was also vordrängeln schau gerade an nicht vordrängeln nicht vordrängeln hier avatar stell dich mal bitte ja genau bleibt einfach so stehen ey ja chill 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 ja ok dankeschön jungs so chillt mal kurz komm wir machen weiter äh äh chillt hört mal bitte auf hier rum wachsen zu machen alles klar komm äh der erste benutzt bitte einmal die picke ok dankeschön wieder zurücktreten der zweite picke benutzen ok auch nice die die dran waren bitte hinter mir aufstellen die die dran waren hinter mir aufstellen dankeschön jungs so komm avatar picke benutzen ok dankeschön hinter mir aufstellen ok danke hinter mir aufstellen ok danke hinter mir aufstellen ok nice die fühle ich ganz toll sogar stark ja nice danke oh cool dankeschön der nächste der nächste ah auch nett dankeschön ok dankeschön annika ok danke der nächste ok danke chucky die alexa aus die fühlt sich einfach angesprochen halt aber stimmt nicht mit dir ich schwör ich schwör oha chucky find ich cool find ich cool kannte ich gar nicht kann ich gar nicht äußere äußere ok ok eva auch nice dankeschön äh so passt mal auf wir wir machen noch die sprays ja eine eigene wand machen gehen äh ja genau könnt doch gerne jeder eine eigene wand machen ich muss ja gar nicht aus dem sprayen machen nicht schlimm kannst du äh nochmal nach oben gehen kannst du gerne nochmal nach oben gehen gar kein thema kumpel alles cool bin gleich wieder da dann ja mhm kein stress respawn machen oder so alles gut also ich sag euch eins jungs wenn hier irgendwer irgendwen killt äh der fliegt raus einfach ne mach das bitte nicht gehen die bei mir klappt es auf den boden äh klappt das nicht an der wand nicht an der wand ne ne ok dann machen wir es auf dem boden ne das liegt daran weil die die müssen hier eine stufe weiter weil die an dieser ach so an der an der geheimen wand quasi sind ja kommt hier ah ok ok aber könnten wir bitte eine steinwand machen ich mag keine holzwände jo so komisch passt nicht zum graffiti bruder klappt das jetzt an der wand ne doch nicht ne klappt nicht ok wir machen es auf den boden stellt euch bitte alle in ein quadrat äh hier von links nach rechts wir fangen hier an oha quadrat ich bin ein bisschen lost was sowas angeht quadrat ist praktisch gut bruder wie ein knoppers quadrat ist praktisch gut alles klar stark baut mal die zwischenwand bitte ab jungs ok nice das ist frankie aha fühle dich digger gefällt mir die sonne geht auf frankie guck die sonne geht auf wie schön das aussieht oh mein gott oh mein gott stark so der nächste der nächste einmal sprayer okay auch nice passt der nächste die 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 kenne auch cool einfach rudolf stark danke schön oha das gefällt mir richtig gut boah passt zum skin boah alter stark wer ist denn hier der joker nochmal ok nicht schlimm doch weiter geht's auch geil einfach die ringe hier so ring of eier frankie schimmer das ist mal bitte ok er hat das paket auf jeden fall durchgespielt nice okay okay auch cool würde echt gut zu ostern passen wegen gehört hier dieser dieser schädel mit der krabbe drauf digger wer ist einfach die krabbe drauf ok nice ok robin auch gut ok zeus fühle ich tatsächlich gar nicht so doll oha wie geil einiger hat das spiel aber auch durchgespielt ja ich schwöre ok links ist wieder weg jungs mädels alle mal einen schritt nach hinten ich sehe nichts mehr schild mal hier gehen wir bitte weg dankeschön ok auch nice eva auch nice geile kombi tatsächlich ja das passt auch richtig gut so wer macht hier die impulsis auch gut der joker alles klar ok stark so ich habe tatsächlich mal der favoriten schwierige entscheidung schwierige entscheidung stellt euch mal bitte noch mal eine reihe auf bitte noch einfach hier in der reihe aufstellen einfach hier in der reihe aufstellen wie viel also also der joker auf jeden fall hinter mir aufstellen wo annika hinter mir aufstellen ich schwöre chucky hinter mir aufstellen hier er hier hinter mir aufstellen schwierig schwierig tatsächlich also habt ihr noch einen favoriten jungs oder mädels also ich fühle ich fühle ich fühle ihn hier ja ich fühle ihn auch auch hinter mir aufstellen wer ist das nochmal das ist sehr gute wer ist das jose 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 gefühlt josef kannst du reden wenn ich mich kaufe muss dann supersticker oder so was ich halt auswählen ähm leonie das warte mal ich guck gleich rein ja gib mir mal bitte paar minuten ich mach den skin contest zu ende dann helfe ich dir gerne weiter äh mitgliedschaft kannst du mehrere machen warte mal äh supersticker super chat mitgliedschaft und mitgliedschaft verschenken äh wie du möchtest leonie wenn du mitgliedschaft machst da kommen noch ganz viele sachen rein äh privat privat äh videos die nur für euch zugänglich sind und sowas ganz viele sticker emotes kommen rein äh bei den mitgliedschaften also mitgliedswerden steht neben abonniert zum beispiel boah ok hier fluffy ist auch geil auch bitte nach vorne so alles klar äh ja schau dir mal diese Füße an von chucky von chucky? aha ok der hat nicht so viele zähne wie schlimm trotzdem kann das schnell wie laufen so alles klar hier das ist der joker gewesen ja der war nice das ist josef gewesen chucky wer ist jetzt fluffy hier dieser fluffy wer ist ich pete pete aha ok nice ich fühl die picke alter stark pete ok das von annika fühl ich fühl ich auch ganz stark und äh wer das war josef ne genie ja dein bauch was ist mit deinem bauch das ist auch so ein stern stimmt 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 oha ok nice boah schwierig leute schwierig 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 alter ich würde tatsächlich glaube ich mal was anderes machen warte mal eins zwei drei drei vier fünf sechs ey warte mal der brill sie würde sagen ne 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 er wird etwas sagen chill 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 warte mal du ich hab zu dir nicht gesagt wer vorne kommt wer ist das hier ist das luca er보pen ist dass du Jungs und Mädels, also hier, du müsstest einmal nach hinten, du müsstest einmal nach hinten, hier den goldenen, ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, ey, pass auf, wenn das für euch okay ist, dann würde ich fünfmal ein Emot verschenken, okay, ist das okay für euch, weil dann hättet ihr alle gewonnen, ja, spring mal, wenn das okay ist, alles klar, stark, stark, wartet mal, und jetzt, jetzt muss ich mir das nochmal aufschreiben, Warum tötest du mich, Karma-Hitter? Es ist eh zu Ende, sagt er, so, warte mal, Pete, Amo? Digi, ich wurde gekillt von Karma-Hitter. Ja, ja, nicht schlimm, es ging gut, ist vorbei, alles gut, alles gut. Hallo, ich war nicht mal eben so geguckt. Wie, ich bin essen. Ja, mach das, guten Appetit, mein Freund. Danke. Ey, warum killen sich gerade alle? Ja, ist vorbei, alles gut, könnt ihr euch wieder gegenseitig killen, alles gut. Geni? Ja. Hast du mir aufgestiegen? Warte, warte, warte. Pete, meinst du? Ja, ja. Ja, ja, natürlich, klar, natürlich, habe ich. Geni, ich gehe jetzt essen, okay? Mach das, guten Appetit, mein Freund. Danke, tschö. Tüü, tüü. Ich gehe auch essen, mein Essen, tschüss. Mach das, Frankie, auch dir einen guten Appetit. Danke. Gerne, gerne. Ja, Annika? Oder wer war das gerade? Ich, was hast du denn noch? Allein. Ja, also Annika, dich habe ich aufgeschrieben, na klar. Also eins, zwei, drei, vier. Warte mal, da gab es aber noch einen fünften. Chucky, Annika, Josef Alias, Pete. Wer war der andere? 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 Patrick. Patrick, was geht, Bro? Oder ist der andere jetzt weg? Ist der andere jetzt weg? Also hier, der vierte, der nur noch in der Reihe stand. Bro, du müsstest mir einmal zumindest mal... Der ist ja gar nicht hier im Kanal drin. Bro, du müsstest mir mal einmal in den Chat schreiben, zumindest. Kann ich einmal in den D-Rex, die ich habe, in den Chat lösen, oder kann ich nicht? Das kann man so zu nennen. Äh, Chucky? Warte mal, du bist doch gar nicht gemütet, Digga. Äh, bist du hier überhaupt im Kanal? Äh, bist du? Bist du? Äh, Chucky, äh, die Kalkulation hat ja letzte oder vorletzte Woche neu begonnen. Das alles, was davor war, Bruder, zählt nicht. Äh, du kannst natürlich auch Gerda zusammensammeln. Das ist nicht stumm. Squacks kann sein. Weiß ich nicht, kann sein. Also, Chucky, wie gesagt, Bro. Äh, alles, was davor war, zählt nicht. Äh, Chucky? Oh, Squacks, ja, Bruder, man hört sich total doppelt bei dir. Äh, Jamie? Ja? Ja, man hört sich mies doppelt bei dir, Bro. Also, nee, jetzt geht's. Ah, jetzt geht's. Oh, nein. Hast du mein Stream so laut? So völlig? Weißt du, alles, was davor war, du hast viel nicht. Ich muss dich muten, leider. Jamie, tut mir leid. Warte, eins, zwei, drei. Hä, jetzt ist... Ja, okay, nee, dann kann ich dich doch laut lassen. Lukas, vielen lieben Dank, Bro. Danke, danke, danke. Kuss geht raus. Stark, Bro. Fühlig. Bester Mann heute. Alles klar, Jamie, herzlich willkommen in unserer lustigen Runde. Äh, lass uns doch nochmal ein paar Kills holen. Machen. Hast du Bock? Wann bekomme ich Tanz? Und, äh, Pete, wenn ich nachher gleich rübergehe auf meinen anderen Account, schicke ich dir das gerne rüber. La plus, äh, kommen wir gleich online. Kannst du gerne machen. La plus, kannst du gerne machen. So, Jungs und Mädels, let's go. Komm, lass mal ein bisschen killen hier. Oh ja, okay, schon in der Luft, stark. Schicke ich mir. Okay. Ich weiß, wer dich abgeschossen hat. Nicht schlimm, Bro. Ich bin nicht nachgehalten. Ach so. Stark. Stark. Oh mein Gott, ich hab mich selber zugebracht. Lukas, Bruder, danke, 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 Mann. Vielen lieben Dank. Dann bitte. Ja, 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 ich hab eine Frage, und zwar muss ich sein, aber könnten wir vielleicht nachher noch vielleicht mit zwei anderen Leuten aus seinem Stream vielleicht ein paar Runden Team spielen. Ja, weil ich war jetzt, äh, lange nicht mehr. Natürlich. Na klar, können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Auf jeden Fall ist definitiv, definitiv ist Lukas nachher dabei, äh, Nummer eins. Vielleicht kann ich auch dabei sein. Gini kann ich auch dabei sein. Warte, 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 chill, 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 chill. Gini, darf ich mitmachen? Warte, ganz kurz, ganz kurz, wartet mal, wartet mal, warte mal. Definitiv Lukas nachher gleich dabei. Gini kann ich auch mitmachen, nicht mit Piet. Ja, Piet, natürlich, natürlich, klar. Ja, du hast Abo, klar, darfst du mitmachen. Natürlich. Was machen wir jetzt? Machen wir, äh, Teams? Ja, ja, Battle Royale Random Teams, ich würd sagen, äh, 10 Minuten, okay? 18.45 Uhr. Okay, ja, perfekt, darf ich auch. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Also, ich habe Lukas, ich habe Piet, meine Abonnenten, das ist ja klar. Lisa auch, oder? Lisa ist gerade nicht da, Lisa ist gerade nicht da. Ich würde aber tatsächlich auch gerne mal wieder eine Runde mit Luke spielen, der war echt lange nicht dabei. Und dann würde ich die anderen nachher gerne noch mit dazu holen. Äh, genau, wie zum Beispiel Leonie, genau. Wie Leonie, genau. Also, pass auf, kommt, äh, 10 Minuten, bisschen The Pit, und dann spielen wir ein bisschen Battle Royale. Ähm, genau, Luke, Piet und Lukas, erste Runde mit euch, auch gerne zwei und danach gerne mit Leonie und, äh, hier, äh, Roat Emre, genau, und die anderen. Also, gerne alle herzlich willkommen. Häupt ihr auf Twitch? Ah, das ist ein TikTok-Fordnet-Account. Ja, ich komme nachher auf dem anderen Account on und dann schenke ich euch auch die Sachen raus. Äh, auf dem Account habe ich hier jetzt nichts aufgeladen. Ich kann nicht auf vier Accounts immer so viel aufballern. Ich mache das immer nur auf allem. Ja, Gigi, können wir uns das aussuchen, oder machst du, was du feierst? Äh, eigentlich, was ich feier. Tatsächlich geht es, weil sonst wird es echt viel. Ich habe das früher gemacht, da konnte man sich das noch aussuchen. Äh, Bruder, aber die Leute haben immer das Teuerste genommen. Ja, weil die Frau soll nicht mehr ablust. Sie sagt, fahr so. Äh, das ist wegen, äh, habe ich das so gemacht, dass das jetzt so ist, dass ich das aussuchen kann. Mann, ich glaube, du hast mich nicht beim anderen Account. Wir sind ja nicht durch dich. Warum ist das so laut? Nee, das ist gar nicht bei Luke. Das ist auch bei Luke. Ist ja nicht schlimm, läuft ja nicht weg, deswegen schreibe ich mir das immer auch, Kumpel. Alles gut. Alles gut, bei mir verschwindet das nicht. Ich spiele ein bisschen Brawl Stars. Mach das, Kumpel. Ja. Oh, ich habe gedacht, du spielst Brawl Stars. Nee. Ich habe mir das runtergeladen, habe es aber nicht gespielt, Mann. Musst du mal. Ja, die ganze Welt spielt das wieder, ich verstehe es aber nicht. Ja, ich weiß. Ich habe einen Riesenfehler begangen, ich habe da früher, der Grundschule richtig viel Geld mal reingeballert, bis 15. Klasse, ca. 170 Euro oder so. Oh, hm. Bruder, die werden bei mir besser investiert, Alter. Ich schwöre. Könntest du mich da einladen? Nein, seine Abonnenten, da, dann wird das Geld investiert. Ja, genau, zum Beispiel, da hat er mehr von. Äh, Emre. Bruder, du musst im Stream bleiben. Du musst einfach im Stream bleiben. Immer irgendwie den Stream anmelden. Genie, isst du immer noch deine Banane? Ja, Bruder, ich habe jetzt endlich geschafft, auch zu essen. Zweite, zweite Banane. Nein, nein, nein. Das war die zweite Hälfte, Bro. Das war eine Banane, ich habe sie mir auch geteilt. Sparsam und so, weißt du. Die zweite, die zweite, die zweite Hälfte von so einem Tonnenpaket, ne? Ich liebe Bananen, haben wir gesund. Egal. Ich liebe Bananen. Also, du bist auch der beste Freund von King Kong, dann, ne? Bruder, ich erzähle dir jetzt ein Geheimnis. Ich bin eigentlich King Kong. Aber pscht. Godzilla, mein Spruch. Äh, Genie? Hast du eigentlich den neuen Godzilla-Film schon geguckt? Boah, nee. Ich glaube nicht. Musst du sehen. Ehrlich. Ich kann natürlich spoilern, aber... Lass... Brawl Stars... Äh, boah. Alter, schreib mir doch mal bitte privat auf Insta oder TikTok. Äh, schreib mir mal, denn... Warte mal, oder bist du hier in der Lobby? Bei mir bist du in der Runde? Dann... Hallo? Okay, schade. Okay, bin wieder zurück. Äh... La plus belle... Belle fleur. Äh, nimm dich doch mal. Jawoll. Was ist los? Kann ich auch mal mitboarden? Das ist ja 25.000 Vokale. Äh, Bro, ich hab das runtergeladen, ich hab's aber noch nie gespielt. Ich hab's runtergeladen, aber wirklich noch nie gespielt. AIMBOARD IS ACTUATED. Alle können mitspielen, dicker. Alle können mitspielen, gar kein Ding. Hätt ich mein Brawl Stars. Klar, warum nicht? Natürlich. Äh, Emre, ich sehe auch trotzdem die Nachrichten. Nur zu Info, ne? Braust du nicht zurückziehen. Ich spiele über anderem Handy. Okay. Wow. X6. Äh, was ist das? Ist das Fortnite-Name? Äh, nein, das muss mein Freund hinzufügen und dann geht auch da. Ja, ja, aber, aber Bro, äh, La Plus. La, La Plus. Äh, ist... Wie, wie heißt du denn, Fortnite? Äh, Annika. Äh, viel Spaß, genau. Bis später bist du Ladies Night, genau, Annika. In eineinhalb Stunden geht's ja schon wieder los. Womit? Ladies Night auf TikTok. Ab 20 Uhr bin ich immer auf TikTok jeden Freitag. Ladies Night, da zog ich nur über die Mädels. Oha. Äh, Genie? Ja. Ja. Hier ist einer. Ich hab dir bei Discord einen Link geschickt, da können wir Freunde sein im Brawl Stars. Das musst du auch mit TV oder so machen. Nee, nee, brauche ich nicht. Ich hab tatsächlich, äh, genug Mädels, die mit mir zocken wollen. Äh, alles gut. Nein, das meine ich nicht. Einfach so, Spaß. Ah, vielleicht. Mal gucken. Aber ich hab gehört, da sieht man viele Schwänze. Da will ich jetzt nicht so scharf drauf. Oma zu vorbereiten, an sich nicht. Wirklich? An sich nicht. Bei Oma, sie waren viele. Es sei denn, es gibt dieses eine Weirdo-Kind, was meint es zu tun. Ah, okay. Äh, habt ihr einen Link bekommen? Habt ihr einen Link bekommen hier? Das war jetzt von Pete? Nee. Ja. Doch, von Pete. Warum hast du so einen komischen Namen hier, Digga? Und was mit L? Ähm, das war, mein erster Account, ich wusste nicht, es war ein Realmen-Name. Ah, okay. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Ist schwierig, Digga. Wenn alle 20 verschiedene Namen haben. Irgendwie. Einfach so bei einem Namen bleiben, kann ich halt nur empfehlen, das wäre am sinnvollsten. Äh, Andy, kann ich mitmachen? Äh, Andy, wobei? Also, äh, wobei, aber ja. Kannst du gerne machen. Ja, Gini, wie heißt du denn Rollstars? Ich, ich hab, Bruder, ich hab mir das runtergeladen, hab's noch nicht geschafft. Hab, hab das für dich noch nicht gespielt. Sorry, sorry, sorry. Wann spielen wir Team? Äh, in vier Minuten. Okay. In vier Minuten. Was ist in vier Minuten? Dann spielen wir Teams. Yay. Gini, hast du mich gestummt? Äh, dann hab ich, bei dir hört man sich doppelt. Bei dir hört man sich doppelt. Wollen wir chillen noch hier, kurz, paar Minuten? Ich krieg, ich, Digga, ich hab Hunger. Ich glaub, ich mach mir gleich mal Spiegeleier oder so. Gini? Ja? Ich bin deine komplett ehrlische Meinung, komplett. Zu was? Auch wenn, auch wenn du vielleicht denken könntest, äh, das sag ich dir danach. Auch wenn du, äh... Okay. Bekommst du, versprochen. Okay, okay. Okay. Auch, auch, auch wenn ich dir vielleicht darüber traurig sein könnte oder so. Ich will dir die komplett ehrlische Meinung. Verspreche ich dir, ich bin immer ehrlich, Digga. Bin immer ehrlich. Erzähl. Ähm, ich hab ja, ich hab aktuell eigentlich so einen Lockenkopf, ne? Mhm. Und dann immer Seiten auf Null mit Übergang halt. Äh, ja. Geil. Und ich hab vielleicht vor, irgendwann mal, diese, ähm... Kennst du diese Rails, die Afrikaner mal machen, diese? Die Dreads. Ja. Ja, Bruder, mach es nicht. Mach es nicht. Ich sag dir auch gerne, warum. Äh, das, Digga, das reißt ganz oft die Haarwurzeln raus. Und, ähm, das ist nicht zu empfehlen, tatsächlich. Es sieht bestimmt cool aus, Bruder. Es sieht bestimmt cool aus. Aber ich empfehle es nicht. Das passiert ganz oft, dass du die Haarwurzeln rausreißt, wenn du diese Dreads halt machst, ne? Ähm, das ist halt ein bisschen blöd. Ich habe Mädels gesehen, die so ein bisschen den Haaransatz verloren haben, deswegen, ne? Weil die sich diese Dreads gemacht haben halt. Also, Bruder, ich empfehle es hier nicht. Wobei es cool aussieht, aber ich empfehle es hier nicht. Ich würde es nicht machen. Aber es sieht cool aus. Aber, aber Locken feiere ich viel, viel mehr. Ich schwöre, Digga, Locken finde ich viel, viel cooler. Finde ich viel geiler. Ich war jetzt letztes Mal im Friseur vor meinem Geburtstag. Das war jetzt in den Osterferien. Ja. Äh, war ich beim Friseur. Und dann hat, äh, das war so ein Araber, weil ich wollte das Neues ausprobieren. Ich wollte mir so ein Muster hinten in den Nacken reinmachen. Ja. Digga, das ist cool. Das ist, das ist cool. Ja, ich fand es richtig cool. Ja, Mann. Fand ich auch richtig cool. Ja. Das Problem ist, dass der Typ konnte gefühlt kein Deutsch, weil da standen. Also, ich hab denen gesagt, ich hab denen gesagt, mach hinten dieses Muster rein. Ich hab denen ein Foto gezeigt. Ja. Ja, krieg ich hin. Äh, hab ich auch gesagt, so, dann schneid noch ein bisschen Spitzen aus. Mach halt selten, äh, auf Null mit Übergang. Ja. Weißt du, was der Typ macht? Na. Der macht überall irgendwie so drei Zentimeter, vergisst den Übergang. Hat aus meinen Locken einen Undercut gemacht. Aha. Scheiße. Diese, diese, der richtig scheiße. Warte mal, warte mal. Andy, äh, kannst du gerne machen. Ich bin jetzt, äh, für zwei Runden verabredet. Nach den zwei Runden, aber liebend gerne, kannst du mit dazukommen, ja? Also, nach den zwei Runden kannst du natürlich gerne mitzocken. Äh, Andy, du müsstest mir mal den Namen reinschreiben. Äh, Jungs, wie... Ich bin mir jetzt mal... Genau, ja, genau. Wenn ihr rausgeht, bitte favorisieren und auf Gefällt mir drücken. Geni. Ja, aber... Gibt dir das eigentlich auch Geld? Ich mach erst ein paar Runden Pause. Okay, kein Problem, Lukas, kein Problem. Wann kommst du zurück? Weiß nicht, 20 Minuten. Ah, okay, kein Stress. Sag Bescheid, wenn du da bist. Sag Bescheid, wenn du da bist. Aussetzen drücken. Äh, nee, ich mach jetzt Privatlobby. Ich mach Privatlobby. Äh, Lukas sagt mir einfach Bescheid. Naja, ich kann dir dann anfragen. Ja, Geni. Gerne. Ich wollte grad Genosskopf. Äh, nee, 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 nee. Ich spiele jetzt auf dem Account noch ein bisschen weiter. Wenn ich nachher auf dem anderen Account onkomme, äh, dann kriegt ihr auch die Geschenke, ne? Die schenke ich nachher raus. Ich spiele jetzt noch... Jawohl. Äh, sagen Sie mal, wenn... Wenn jemand keinen Bock auf den Tanz hat, wie viel Wachs könnte er sich dann zur Seite legen, dass er irgendwann vielleicht mal ein Skin-Leisten kann? Ja, ja, weiß ich nicht. 2, 300. Also für den Emotes geb ich nicht mehr aus. Mhm. Geb ich nicht mehr aus. Ja, es gibt auch immer diese Co-Mini-Motes, die auf einmal so 800 kosten, aber der Dance kommt mit Scheiße. Ja, ja, ich weiß mal nicht. Ich weiß, ich weiß. Also letztens waren nur Emotes drinne für 4,500. Dann hab ich ihn natürlich verschenkt. Ähm, war auch kein Problem, weil... Oh, Rocket League ist da. Ne? Ah ja, genau, kommt bald ein Bugatti rein, ne? Nur mal so zur Info. So. Echt? Ja, ja. Guck dir bei Chor an. Warte, wenn man den im Game hat, im Rocket League, kriegt man den auch hier? Mhm, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er nicht... Das wär so'n geilen Bugatti, ne? Er würde dann save so 4,500 wie Wachs kostet. Ja, kann sein, kann sein, kann sein. Äh, Andy, gerne nachher gleich. Ich spiele jetzt definitiv mit Pete. Pete ist noch da. Ja. Jawohl, stark. Mit Pete? Ähm, mit Luke, definitiv. Ja. Ah, darf ich nicht. Ja, ja, Bruder, wir haben monatelang nicht mehr gezockt. Klar. Ich weiß. Und? Äh, kann ich... Bitte, ich, bitte. Ich hab mir das gewöhnt. Äh, so, wartet mal. Ich mach privat Lobby. Jungs, bleibt gerne im Stream. Äh, ich spiel paar Runden mit euch privat, denn gerne gleich Betroyal. Ich mach aber erstmal Privatlobby. Okay, gerne über den Stream anmelden. Leute, Jungs und Mädels, bitte über den Stream anmelden. Ich hol dir jetzt hier meine Favoriten, Digga. Meine Abonnenten haben immer Vorrang. Ähm. Wenn die schon Geld bezahlen. Genau. Pete ist da. Bro, komm, wir gleich, okay. Andy, kein Stress. Lass dir Zeit. Genie, da war so ein Kind, das will unbedingt mit dir spielen. Äh, ja, wer denn? Ich weiß nicht genau, er hat einmal rumgeschrien und meinte, gehen, gehen, ich will mit dir spielen. Ja, das passiert öfters. Das passiert öfters. Äh, warte, 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 warte. Leonie ist da. Hallöchen. Leonie? Weißt du, nicht? Hallo. Hallöchen. Na, alles schick? Ja. Super, freut mich. Freut mich. So, warte mal, Pete ist am Start. Wo ist jetzt Luke? Nee, Erron, nicht du. Ich warte auf Luke. Und gerne auch Robin. Also Luke und Robin, schickt mal bitte Beitrittsanfrage. Ich hab keinen Bock hier. Ah, hier. Hier ist er doch schon. Und wo ist Robin? Da ist er auch, Robin. Und, da holen wir auch rein. Jungs und Mädels. Andy, wir sind da zu fünft. Nicht schlimm, nicht schlimm. Alles gut. Aber ich dachte, wir sind im Team. Ja, ja, da müsste einer kurz aussetzen. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Ne, äh, Bro, du nicht. Äh, José Falayis. Du erstmal nicht. Achso, du hast mich angelernt, okay. Ne, 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 chill, 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 chill. Robin ist da und Luke ist auch da, ja? Ja. Okay, stark. Stark, stark, stark. Äh, Leonie, bist du so lieb und setzt da eine Runde aus? Oder du kannst auch gerne noch eine Runde mit jemand anderem spielen? Ich setz' aus. Dankeschön, dankeschön. Dankeschön. So, nice. Achso, ich bin jetzt mit. Ja, ja, klar. Klar. Wie viele Runden? Ähm, weiß ich nicht. Eine eigentlich erstmal, weil viele zocken möchten. Erstmal eine. Okay. Erstmal eine. Und gehen, dann kann ich dir auch das Auto zeigen, was ich meinte. Gerne, Kumpel. Gerne, klar. So, rank it aus. Battle Royale. Und let's go. Ich hab das Auto jetzt so ein, so ein weiß und hellblau gemacht. Ein Reifen, einfach schwarz. Oha, nice. Äh. Mir fällt nichts anderes ein. Pink finde ich gut und Babydome. Okay, Auto-Skin-Contest weiß ich jetzt schon mal Bescheid, was du magst. Boah, dicker. Das machen wir bald. Boah, ja. Mit den Skin so zusammen. Ja. Boah, Genie, Alter. Du machst mich echt, boah, bester Junge. Du, ich fühl das. Ich fühl das. Was? Boah, meine Map wird überarbeitet. Ähm, und dann mache ich das auch mit den Autoskins und so, weißt du? Mhm. Mhm. Finde ich super geil. Finde ich super geil. Ich hab mir mal eine Scheibe Käse geholt. Sweet Peat. Einfach Käse. Ja, Mann, ich liebe Käse. War Sweet Peat jetzt netter? Ja. Warte mal, wie? Was ist los? Ja, ja, ja. Das ist Abonant bei mir, dicker, klar. Ja, natürlich ist der netter. Ich hab' die Frage gesendet, das hier. Wie das ein guter? Der hat Abo bei mir auf TikTok. Wer will in Kauf hin? Ich verkaufe in Kohl. Ich, ich, ich. Ich, ich. Ich hier in Euro. Ich geh den ganzen Wagen. Eine Dollar, eine Kohl. Ja, das wird richtig geil. Wenn wir das mit diesen Autoskins auch machen, das wird echt cool. Ja, ja, guck mal. Aber das, dieses Blöde ist halt, die P2Win-Leute haben da die bessere Chance. Ja, aber guck mal. Die Leute, die bei mir Abo haben, ne? Die dürfen halt mit mir auch regelmäßig spielen. Ne, haben immer Vorzug halt, ne? Das ist halt so. Ich hab da auch Abonnen. Nee, nee. Die, 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 die? Nee, hast du nicht. Du bist Abonnent, also du bist Abonnent, also du hast ein Follow. Abonkostet Geld. Abonkostet Geld. Abonkostet Geld. Abonkostet Geld. Wie viele Monat oder? Unterschiedlich. Das ist nicht. Ich glaube, das kostet 7 Euro, wenn sich abonnierst, natürlich auf allen Accounts. Ich hab, aber guck mal, Luke, du bist schon so lange dabei, ne? Also, ich weiß nicht, ein halbes Jahr, im Minimum, also alles gut. Na, man kann sagen, ich war dabei, da warst du noch, vielleicht. Äh, wir sind noch zu dritt. Ah, nee, Luke ist auch noch drin. Ja, ist, genau. Luke, Luke ist dabei, da habe ich, glaube ich, noch nicht mal gestreamt. Glaube ich, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Ich muss mal ganz kurz die anderen wieder laut schalten. Ja, ich hab eben, ich hab, wegen dem Flug. Schreib mal bitte in den Stream, dann kann ich nachgucken, seit wann du dabei bist. Sorry für meinen Geschmack. Mach ich gleich. Ich liebe Käse. Ich kann ja auch mal. Ich kann ja auch mal. Na, schreib einfach in den Stream, dann guck ich, seit wann ihr dabei seid. Bo, ich bin jetzt ganz ehrlich. Ich kaufe die echten ganzen Laster voll Käse und der wird mir dann vor die Tür geballert. Dann hast du das so, wirklich. Ja, ich hab hier so nett. Nein, wenig Leih. Bist du Käse pur, oder? Ja, ich hab mir so eine Scheibe Masterarm angeholt. Super lecker. Der so schön nussig. Ein Freund von mir aus der Schule, der hat mit so einem Mädchen eine Wette abgeschlossen. Das Mädchen hatte gewonnen und mein Freund sollte ihr dann Käse kaufen, so ein kleines Stück. Ich denke, ihr kauft so 3 Euro im Supermarkt. Nein, nein, die wollte einen bestimmten Käse, der 34 Euro für ein Mini-Ding kostet. Oha, was? Wie krass, Digga. Dann hat die ihn ja ordentlich geaschen. Ja. Krass. Die haben gesagt Gouda und dann hat die irgendwas von Gouda von Gumala oder sowas erzählt und dann kostet der halt so viel. Ja, glaube ich. Lukas, warte mal. Ich guck gleich gerne rein bei dir, mein Freund. Hey, geh, wo bist du? Ich bin hier gelandet. Ah, da oben. Ja, ja, genau. Aller rein. Fast noch. Fast noch. Der ist fast noch. Ja, ja, chill, 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 chill. Aufpassen, nein. Bei mir ist einer. Ja, ja. Äh, Robin. Ja. Ah, nee, warte mal. Ich mach leichter, wenn du willst. Nee, 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 alles gut. Alles gut. So ist besser. Weil das hat gerade super übersteuert. Hab gerauscht. So, weißt du. Oh. Oh, Mann. Oh, ha, ha, ha. Genie? Ja. Internetstuhl ist ab. Bei mir? Nein. Warum? Geht wieder. Ich wollte gerade abknallen, da war er in der Luft gestecken geblieben. Oh, Pete. Ja, ja, ja. Pete, bitte nicht so reinschreiben, Bruder. Bitte. Scheiß WLAN. Besser? Ja, viel besser. Dankeschön. Mein Liebeskäsesorte. Mach's da. Ja, Mann. Ich sehe einen Step. Aber, Jungs, ich bin ein bisschen low. Also, ich würde Hilfe gebrauchen. Hm. Mach hier. Weil das irgendwie ein richtiger, richtiger Sweaty Boy. Der ist One-Shot, der Löwe. Jawohl, stark, stark, stark. Tanz ihn aus. Tanz ihn aus. Warte mal, ich finde ich dir den gleich. Ich finde ich dir den gleich. Hier ist einer. Hier ist einer. Pass auf, pass auf, pass auf. Geht? Aufpassen. Luke, du auch aufpassen. Da waren Steps. Ich such den gerade auch. Der ist oben auf dem Dach. Alles klar. Der ist bei mir, bei mir, bei mir. Oh, das ist der Gute, das ist der Gute. Den habe ich aber low geschossen. Hab ihn. Babam, Digga. Hat jemand für mich hier? Ich habe Midi-Packs. Den ich nicht. Den ganzes Team. Ja. Der Typ hat gerade drei lila Waffen gehabt. Woher hat der das denn jetzt schon? Bruder, ich weiß nicht. Bitte. Hier. Hier, hier, hier. Alles gut. Den hast du gehört? Ja, was denn? Was? Ich habe ein ganzes Team. Starr. Biel, Bro. Nice. Wie gehört die Waffe? Nein, nein, mir gehört die. Nee, die gehört gar keinem. Nein, wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Ihr könnt gerne die Waffe haben, auch das Medaillon. Wenn jemand das Sniper findet, dann nett, wenn ich die haben könnte. Das finde ich auch tatsächlich ziemlich nett. Also pass auf, Jungs, Mädels. Ah, nee, Leonie ist gerade noch nicht drin. Lass mal noch ein bisschen looten, ich brauche Blue Life. Und danach holen wir den Bot. Und danach gehen wir weiter zum nächsten Bot. Also Boss nennt es, wie ihr möchtet. Darf ich schon holen? Oder? Ja. Auch mal, find mal ein Lambo, dann kann ich dir mein Auto endlich mal zeigen, Alter. Warte, komm, warte, warte, warte. Achtung, bitte hin um. Er hat umgedreht. Achtung, Achtung, Mann. Ja. Aufpassen, Boss. Ja. Äh, muss man ganz kurz. Äh, ich nehme das Feuer da vorne mit, das macht mehr Schaden als ich weiß nicht was. Ja, 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 auch, äh, Wasser. Mein Akku ist leer, weil ich muss kurz Controller wechseln. Ich fasse kurz auf, ich bin wieder, ich bin wieder. Äh, Hilfe, Hilfe. Also, Lukas, tatsächlich, hier auf YouTube bist du heute das erste Mal dabei. Aber du bist ja auf TikTok schon eine ganze Weile da. Von daher, Bro, alles gut. Alles gut. Hilfe. Äh, Robi. Tschö, Robi. Tschö, Robi. Bei der Elfen sind wir spielen in Gefahr. Tschö, tschö, tschö. Oh, hier, Decker. Hey, wer hat da denn rumgeschrieben gehabt, dass er unbedingt mit mir spielen wollte? War das Robi eigentlich? Hab ich irgendwie gehört? Also, ich hab gefragt, ob ich nix ohne mitspielen könnte, aber jetzt hab ich ja jetzt. Ja, ja, alles gut, Kumpel. Alles gut, kein Problem. Ja, ich denke, ich, 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 ich denke, Geni hat sich gedacht, ja, der Bruder spielt doch gerade, dann kann der andere, dann kann der Bruder ja auch noch mitspielen. Ja, 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 genau. Genau, genau, genau. Und ich erinnere mich noch an die Situation. Ich erinnere mich noch an die Situation, wo Robi geweint hat, als er nicht mitspielen durfte oder so. Ja. Egal, das hat mir das Herz zerrissen. Ich hab... Was, ein Holzsoße? Nein! Nein, Bro. Das hat mir einfach... Halt fastauen? Okay. Darf ich was? Darf ich was? Oder... Okay, danke. Ist geil, alles weggesnackt, ja? Darf ich was? Lukas, klar, selbstverständlich, gerne. Du musst auch direkt pullen. Äh, okay, dann weiter zum nächsten Boss. Ja, genau, 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 genau. Wo ist der nächste? Nee, ich find jetzt kein Auto. Hm, nicht schlimm. Hielt ich mal mit Geni, Bro. Äh, Geni, hier. Ja, 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 stabil, dankeschön. Darf ich auch was? Klar. Was denn? Darf ich auch hier? Was braucht ihr noch? Warum haben wir hier ne Mini-Party? Gönnt euch. Darf ich auch hier? Ja, was brauchst du denn? Äh, Minis oder Medi-Kid. Ich geb dir beides. Ein Problem? Äh, Geni, die Zone kommt. Boah, ich brauch so. Jawohl, ja, wir müssen zu den nächsten... Oh, stimmt, stimmt, Zone. Oh, aber der nächste Bot ist gleich in der Zone. Oh, was ist denn für die Piepen? Ähm, nicht schlimm, nicht schlimm, komm. Der nächste Bot ist in der Zone. Nein, nein, alles gut, alles gut. Oder wo sind die nächsten? Was war markiert? Nein. Ich hab, ich hab markiert, bei Gelb. Immer bei Gelb. Gelb. Immer bei Gelb, Jungs. Denk dran, den Boost von den grünen Seen noch zu nutzen. Richtig. Schnelleres Fortbewegungsmittel. Richtig, Bro. Guter Call. Richtig und wichtig. Richtig, genau. Ey, sag mal bitte, wenn ihr ein Lambo findet. Ich hab einen Heißhunger darauf, dieses Auto zu präsentieren. Markier. Äh, also ich weiß nicht. Wir haben direkt geschossen. Ach so, stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt, Viti. Was hat mich eigentlich für eine komische Skin-Kombo geändert? Ey, was geht, Bro? Hi. Jetzt sind wir gekommen. Ey, die gräften von dem Bot. Wir müssen dann ganz schnell hin. Die gräften gerade den Bot. Okay. Die gräften den Bot. Die haben den Bot. Die haben den Bot. Ja. Okay, okay, dann aufpassen. Ladet alles nach. Alles nachladen. Hab einen Tod. Hab einen Tod. Einer Tod. Ich wollt grad sagen, wartet mal auf meinen Laser. In dem Moment seh ich einer down. Ja, ich bin irgendwo immer noch weg. Also ich bin voll weit weg von euch. Aber es ist voll weit. Nicht schlimm. Bei dir ist so einer. Bei dir ist so einer. Also einen hab ich halt tot. Aber der ist nicht finnig. Der ist ein Lock. Okay, okay. Nicht schlimm. Ja, schön, wenn wir einen Win holen würden. Das wär echt geil. Wichtig. Du hast genau grad den Bogen geplaced, wo ich schießen wollte. Ich hatte ihn genau wie wir sie gehabt haben. Hier ist so einer. Die pushen mich. Die pushen mich. Bei mir. 40. Bam. Wir haben die alle. Gut gehen die gut. Ja, danke. Ey, Bruder, gib mal eine Sache von beiden. Das ist alles, das ist alles. Wirklich nett. Ich wollte nur, ich wollte nur, dass wir da Jungs decken. Der Kopf wie ein Staubsauger da lang gerannt. Wirklich so. Ja, okay, Ehrenmann. Oha. Ey, ich bräuchte das Medaillon bitte. Auf süß. Weil das macht mich ein bisschen schneller. Aber ich find die scheiße. Bin ich jährlich. Ich find die echt kicke. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm, dass er Geschmackssache. Geni, brauchst du. Was? Ich kann nur das Medaillon. Was? Ich kann dir das Medaillon geben. Ne, ich brauch Agilität. Wo ist Agilität? Das hab ich aber, das will ich auch haben. Ah, okay, gut. 1,5 Kilometer, Leute. Okay, dann gönne ich dir das, ausnahmsweise. 1,5 Kilometer. 1,5 Kilometer. Du meinst? Warte, 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 warte. Ey, Jungs, wir müssen zusammenbleiben. Das ist ja gerade Brokkoli geröstet und dazu Salat. Oha, Lukas, ich liebe Brokkoli, Mann. Ich schwöre. Wartet, wir warten Brokkoli. Ich liebe Brokkoli, Bruder, haben wir lecker. Brokkoli. Komm, hier. Warte mal kurz. Morgen gibt's von mir Kartoffeln, Brokkoli, gerade gehören. Ja, genau, bitte zusammenbleiben. Boah, ja, das gab's in meiner Grundschule immer. Ja, ja, das haben wir heutzutage noch. Geni, Geni. Ja, ja. Früher haben wir immer im UGTS, nach der Schule halt, haben wir immer so Hackbällchen mit, zum Beispiel, mit Tomatensauce gegessen und Pizza. Was kriegt mein Bruder heute, veganes, nur veganes Zeug. Stimmt. Ja, ich weiß, man. Das ist so fett. Irgendwo ein ekelhaftes Zeug, ne? Ja. Was überhaupt nicht schmeckt, ja, meine Tochter hat sich auch geschwört, dass es erst nicht schmeckt. Als Schule ist, darf ich wissen, wie als Schule. Wir sind ja gar nur noch andere Sachen. Ne, die wohnt ja ganz weit weg. Lass mal der Hitze zu den Big Stars, zu den Waffenbunker. Aber das liegt ja nicht mal an der Schule, das liegt ja an den... Äh, lass mal Jumpetten. An den... Chill, 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 Jungs. Nee, nee, Jungs, ich mach die Calls, wir gehen hierhin, zum Bunker. Achso, ich hab gedacht, die fliegen mit Jumpet zum Bunker. Und die ist noch so eine B-Wat. Ja, ja, könnt ihr gerne machen, ich hab ein Moppet gefunden. Okay, dann komm... Oder Jungs, dann mich. Nee, die geht zum Kindergarten, nur noch vegane Sachen. Nee, nee, die ist auch nicht im Kindergarten, die ist ja im Hort. Also nach der Schule geht sie immer in den Hort. Und sie hat auch gesagt, dass das Essen halt nicht so dolle ist. Was ist Hort eigentlich? Naja, so... Warte, 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 warte. Sowas wie Kindergarten, wo du halt hingehst nach der Schule, weißt du? Ja, wir nennen das immer OGCS. Äh, ich glaub, hier waren schon Leute drinnen. Nicht schlimm. Wohl doch nicht, ne? Genau. Sowas ist das. Belootet? Ja, halt. Es gibt das Gefühl, keine Sniper mehr. Oh, die Dogshit. Haben wir wenig geworden, auf jeden Fall. Ich hab das Gefühl, es gibt keine Sniper mehr. Naja, es ist auf jeden Fall schwierig geworden. Doch, doch, nicht mehr so viele. Ich will einen. Ich will einen. Ich will einen. Ich hab richtig viel Gold gerade. Ich hab ganze... 800 Gold. Ich bin ein Rich Kid einfach. Ich bin richtig broke hier. Wie viel Gold hast du? Ja, 1200. Hä? Ich hab 700. Was? Was? Broke, was? Ach so! Das war Ironie, mein Lieber. Ironie. Ich hab Lambo, ich hab Lambo. Oh, nicht verwandeln. Lass mich einsteigen. Ja, nicht verwandeln. Ja, okay. Hier, gönn dir. Ich weiß ja, dass du willst. Deswegen hab ich ja gesagt. Iiiiih! Oh, nichts verschreien, bitte. Ich find den nicht so geil. Nicht so geil. Ich hab... Ich hab... ... anderen Güten. Ich find den an sich nicht der geilste, aber ich wollt schon immer ein Auto mehr gekauft haben. Äh, feiert jemand, äh, die Wasserbändigung? Ja, feier ich. Okay, liegt unten, so. Genie. Bro, hab ich auch gekauft. Auf meinem anderen Account. Ja. Oha, ja. Die Lackierung ist auch tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Hat was? Steig ein. Äh, gerne. Ich geh oben drauf. Ich mach mal diese Musik aus. Ja. Streamst du auch? Ich hab alle geholt, wenn ich... Natürlich streame ich, natürlich streame ich. Ich mein, für den Stream jetzt Musik aus. Ach so, alles gut. Ich hab keine Probleme mehr mit YouTube. Alles gut. Warum, stell dir Auto, ich hab Auto für alle. Mein... Mein Kanal ist komplett monetarisiert, ich hab keine Probleme mit YouTube. Und wenn irgendwer was abspielt zwischendurch, ist das auch kein Problem. Ne? Ich... Okay. Ich mach das in zwei Klicks für mich und dann ist doch alles gut. Ja, alles super. Das Problem gibt es nicht mehr, Gott sei Dank. Alles entspannt. Und wenn das... Aber nur, wenn das kurz ist. Wenn das lange ist, so 20 Sekunden oder so, dann... Dann sagst du einfach ja. Ja, da mach mal jetzt mal aus, oder du musst raus. Nee, dann muss ich das halt stumm schalten, diese Szene. Aber das geht auch schnell. Kriegt da? Sind hier kriegt da? 61. Ja, von hinten, von hinten, das ist ein Echtel. Weil die haben mich nicht weggelasert. Wo? Ich hab grad 200 HP. Gut, gut. Irgendwo da. Hä? Ist hier noch einer? Hier ist eure Inzweiter. Hab ihn. Stabil. Good shot. Oben noch ein Ben, oben, 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 oben. Oh ja, wirklich? Ich hab Luft, Ben. 100, 112. Hab ihn. Hilfe. Chill, 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 chill. Was ist los? Ja, ja, alles gut. Alles gut. Kein Problem. Robin, wie alt warst du noch mal? Äh, 10. 10? Cool. Ich bin letztes geworden. Oh, stark. Alles gute Nachträger. Der hat eine Woche nach mir Geburtstag. Oh, krass. Robin, wo bist du? Komm zu mir, ich hab hier, wenn du möchtest. Nee, nee, ich hab alles gut. Ich hab eine Ahnung. Alles klar, nice. Ich bin zwar selber von dieser Zeit. Echt? Ja. Ach du scheiße, ich hab gedacht 12 oder so. Wie gehst du eigentlich? Ich. Ich? Ja. Luke, mein Lieber. Braucht jemand Biggie? Ich hab schon einen. 14 Jahre alt. Äh, gehen die, gehen die, gehen die. Ja, was ist los? Äh, braucht ihr mal noch einen? Ich hab noch einen. Äh, den würde ich trinken. Ich nimm Champagner aber mit, dann können wir hüpfen. Champagner? Ja. Ich nenn das mal, ich hab das mal Vodka genannt. Auch. Ich nenn das Joghurt Jagadjaxi. Joghurt Jagadjaxi. Ja, okay. Ich glaub, ich glaub, ich... Die Freude von mir nennt das ganz anders. Ja, okay. Das, glaub ich, wollen wir jetzt nicht hören. Einsteigen. Es fängt mit Sprüh an. Ah, okay. Verstehe. Hatte 11. April. Stark. Stark, Kumpel. Nice. Edi, du bist hier da aufsteigen. Wollen wir auf den Zug? Ja, ja. Luke, die Pro. Also Lukas. Ich hab's sofort gewusst, Bruder. Wir verstehen uns, ja? Wir haben beide denselben Geschmack. Essen beide gerne Brokkoli. Kommst du... Swifty Pete, kommst du runter? Sagen wir so, Geni. Ich verrate ein Geheimnis. Ich hab noch nie Brokkoli gegessen. Wirklich? Boah, dicker. Das ist echt verdammt lecker, Mann. Ich hab diesen weiß... Das weiße Brokkoli gegessen. Ja, ja, äh... Blumenkohl. Ja, fühl ich nicht so, aber... Ja, 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 aber Brokkoli ist geiler. Ey, Rotkohl mag ich aber richtig. Kennst du das? Ja, natürlich, klar. Lieb ich auch. Wenn ich bei meiner Mutter, äh, bei meiner Oma zu Hause bin und es gibt's Essen. Äh, keine Ahnung. Es gibt's irgendwas so süße Möhren. Dann gibt's, äh, vorher immer die Vorspeise, so eine Brühe, Nudeln. Ja, achte geil, ich hab so einen Hümer, Alter. Dann immer Rippchen mit Kartoffelpuree, mit dies, mit das, mit Ananas. Und das gibt's jeden, äh, Samstag oder Sonntag? Oh, wo muss ich hinkommen? Wo muss ich hinkommen? Äh, komm doch. Nein, 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 nix sagen, nix sagen. So, die, 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 die Straße. Ey, geh die, Alter. Nur Köln, nur Köln, das reicht aus. Nee, meine Oma macht auch das. Ich find dich schon. Das hört sich eh verdammt gut an. Scheiße, der hat wasserbändiger. Das hört sich eh verdammt gut an. Von Lut Island, von Lut Island und... Ja, scheiße, wir müssen hier weg. Leute, wir müssen zu Luke. Chill, 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 alles gut. Wir müssen zu Luke. David, nochmal bitte. Alles gut, mir reicht es, wenn ihr irgendwann meine Karte holt. Hier ist keiner, hier ist keiner. Äh, weg von der Insel. Die haben Highground und die Snipe und die Tode. Das ist mein, mein Mod. Meine rechte Hand in den Streams. Ey, ich hab, wie gehört, ihr habt ihr jedes überessen. Ja, komm, da oben. Bei mir gab's wie nach Schnitzel mit Filz und Pommes. Der ist hier, was bei Luke. Oha, 60. Der war white, Digger. Jetzt werd ich wieder vollgespapft. Jetzt werd ich wieder vollgespapft hier. Ja, je nach Schnitzel immer gut. Ich probier einmal Karte zu holen. Äh, Gini? Ja, David. Kennst du Campario Roth? Okay, ich bin in der Nähe von... Natürlich, liebe ich, oder? Digga, meine... Soll ich Karte holen? Ich hol. Ja, David. Soll ich dir was mitnehmen? Nee. Nix? David, David, warte mal. Wir müssen kurz warten. Komm, sag mal kurz ruhig. Die Runde ist reserviert für die Jungs. Nee, alles gut, sag ruhig, alles gut. Okay, ziel. Ich nehme die Junge mit. Er hat Campari Orange kaufen wollen. Trinkt er unsere zwei Flaschen? Und dann ließ meine Mutter so, alkoholfrei. Ja, Jackpot. Und jetzt trinke ich meinen zweiten Campari Orange. Ich liebe das Zeug, das ist lecker. Ich auch. Wir haben das in der Disco manchmal getrunken, tatsächlich. Geil, die fing hier rum. Mit paar Eiswürfel. Ja, markiert, markiert, Jungs. Ey, ich würde gerne... Warte mal, Robert ist tot, ja? Nein. Nee, ich bin tot. Ah, Luke ist tot. Ich hab die Karte, ich hab die Karte. Mach mal bitte Triple Rest. Ja, ich bin schon dabei. Ich hab die Karte. Danke, Genie. Kuss auf die Nuss. Na klar, natürlich, Bruder. Ich hab die Karte. War ein Skin Contest? Äh, Finn ist schon vorbei, tatsächlich. War schon. War schon. Na, Finn, du armer. Sorry, Bro. Luke hier. Aber du kannst ja nicht mehr Medaillons, nein. Dann spiel ich privat mit den Jungs. Das ist loyal. Hat jemand noch Pammel? Na klar. Äh, warte, ich geb dir, ich geb dir. Warte, 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 warte. Ich hab drei. Hier. Hier, warte, warte. Ja, warte. Ja, ja. Kann Leonie schreit? Ich muss einfach. Ja, na klar. Leonie? Ja, ja. Nee, 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 alles gut. Oh, Lukas auf. Ich hab dich, ich hab dich grad weg. Ja, ja. Lass uns heute mit Medaillons. Lass uns heute mit die Push gehen. Nein, 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 sieh mal an die Tone. Ja, ja, ja. Du siehst da mein Level, ne? Äh, ja. Warte mal, wie lange hab ich den Account jetzt? Oh, Bro, keine Ahnung, weiß ja nicht. Erzähl. Ich will, dass ich jetzt so vom Level her. Bro, ich denke, also wenn du jetzt keinen XP-Glitch gemacht hast oder so, würde ich sagen, nein, kein XP-Glitch. Vielleicht einen Monat. Einen Monat? Ja. Nein, drei Tage. Ach, Bruder, okay. Er sucht euch in drei Tagen. Das ist freaky, ja? Geh, ne, ob ich mal mit. Ja, drei Stück. Ja, irgendwie muss ich eine Battle Pass noch auf 200 bringen, ne? Äh, Leute, mich decken, passen wir nicht ruhig. Äh, Geni? Ja, was los? Ich hab grad überlegt, wir wollten doch mal einen 1 in 1 machen. Stimmt, wollten wir wohl noch machen, ne? Ich hab's vergessen, Bruder, war zu viel los. Ja, egal. Machen wir dann irgendwann. Machen wir, na klar. Lass uns ein Gebäude da vorne, oder? Das kann euch jetzt aber gleich gerne mal zeigen, die Map. Ah, okay, mach hier, mach hier, wichtig. Right and white, right and white. Ach so, ihr kämpft. Geni, kann ich Matpack. Warte, warte. Oh, die haben, guck mal, wie wir mit der Jungs die haben. Guck mal, wie klein der Kreis von denen ist. Bruder! Auf wen schießt ihr denn? Da unten. Geni, brauche Matpack. Ja, 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 hier. Hier, ist auch noch einer. Also, ich brauch unbedingt Minis oder sowas, weil ich bin Arschlo. Ich hab Champagner, ich hab Champagner. Oh, ja. Also, unten sind definitiv vier hier. Aufpassen. Jungs, zusammenbleiben. Ich komm kurz her, dann machst du uns kurz schauen. Schattet mich? Genau, genau. Robin, zusammenbleiben. Alle um Rottenberg zu Geni. Genau, nicht so weit weglaufen, bitte. Ein bisschen zusammenbleiben. Geni, äh, dreimal. Genau. Ja, genau. Hier, hier, hier. Kannst Champagner machen? Warte. Scheiß, boah, dicker. Nee, bot nicht abschießen. Warte mal, Champagner für mich. Ja, 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 bro. Zu mir kommt, zu mir kommt. Oder irgendein Sturmgewehr oder sowas, weil ich hab doch ne Pistole für Weitkampf. Äh, ich geb dir hier. Oder ich geb dir hier. Ich geb dir hier. Ich geb dir hier. Oh, was warst du nur MP? Alles gut, kein Problem. Warte, wir sind im Team, Bruder. Alles gut. Die gönnen sich grad Champagner. Ich würd sagen, wir gehen zur Brücke. Chil, 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 chil. Warte mal. Nee, 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 wir bleiben hier. Nein, 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 wartet, 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 wartet. Ja, ich komm, ich komm. Wartet, 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 bleibt bei mir, vertraut, vertraut. Bleib bei mir, alles gut. Mein Team bin ich auch immer so wie, wie so der Gruppenleiter, weil ich immer weiß, wo die nächsten Songs sind. Ich hab ein Gespür dafür. Ah, zö, 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 zö. Ja, ja, chill, 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 alles gut. Müsst ihr die Zö? Von hinten bricht uns, Bruder, ja. Weißt du, wie ich grad das Verlangen hab, irgendjemand drunter zu editieren? Von den Gruppen, Bruder, ja, Leute. Ja, hier, hier, hier. Ja, ja. Zilt Gegner, überall. Wird gerusht, hab 50 auf ihn, 50 auf ihn. Oha, 5er Ticks, Leute. Aufpassen. Ich bin runter. Jungs, aufpassen, 5er Ticks. Oh, 5er. On me steps. Mach hier. Der geht hoch, auf high. Da unten. Ja, auf high, auf high. Down. Gut. Oha, stabil. Stabil, nice. Wollen wir hoch? Tschüss. Der hat die MP, der hat die bütliche MP aufgehoben. Den Boss, den wir geholt haben. Nice. Äh, also ich hab die, ich hab die geholt. Ich hab die grad getauscht. Jetzt war von mir, aber die war 5. Achso. Achso. Wir sind in Zone, wir sind in Zone. Ja, ja, komm, 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 weiter. Gegner, Gegner. Wir sind Menschen. 60 auf ihn. Wo, 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 wo? Der haut ab mit Wasser. Oben? Wo sind die? Nein, ich bin down. Der ist bei mir. Der ist weiß. Äh, was weiß. Ja, ja, alles gut. White. Ja. Der ist weiß. Scheiße, Bro, ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Alles gut. Mach zufrieden nix. Renn um dein Leben. Alles gut. Ich hab kein Problem damit. Gidi, wir dürfen nicht sein. Wir sind hier überall. Alles gut. Top 5. Warte mal, Top 5. Ihr könnt das gewinnen, ne? Warte, das sind alles Solos. Camp einfach ab bis zum Ende. Scheiße. Genie. Genie kommt zu uns. Ja, 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 klar. Alles gut, Jungs. Alles Solos, Genie. Nein, das kann nicht sein. Das sind du, weil die moving permanent zusammen. Äh, äh. Drei Teams gibt es. Ja. Ich schaff grad, nochmal extra kurz. Ja. Achtung, Achtung. Die hier sind nicht da. Scheiße, ich muss moving. Ihr seid nicht weit. Nummer 4, 2, 2, 1. Vor dir nicht, vor dir nicht, vor dir nicht. Mach, 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 mach. Der hat mich getötet. Tod. Stabil. Ja. Nimm dir die Krohn. Nimm dir die Krohn. Ne, das ist kein Krohn. Ups. Sorry. Ich hab dich für eine geistranken Hitkacke gegeben. Einen Rückstoß. Danke, ey, Luke. Äh, Luca, danke schön. Letzter, letzter, letzter. Sie, noch zwei. Danke, Kumpel. Oha, da, 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 da. Mit Wasser. Digga, der gehört mir. Lass den Geni, lass den Geni. Kann ich nicht treffen, wenn ich was da machen? Ja, dein Aim ist mit diesem Ding nicht so geil, ne? Ja, ich hatte diese Woche hier. Ja, wer, wer liebt sie? Wer liebt sie, hä? Sie wurde nie geliebt. Ja, ja. Boah, geil. Boah, Jungs. Das hat Spaß. Eine Runde, ein Sieg, wie geil. Wieso muss das? Das war ich immer, oder? Digga, wenn man zusammenbleibt, immer, Digga. Geil, immer, das klappt immer. Stark, Jungs, geile Runde. Na klar, nee, ne, Lobby. Lobby? Na klar, echt starke Runde. Geil. Boah, ho, ho, ho. GG. GG, Bro. Ich seh grad hier im Stream, du bist voll auf diesen einen Feuertigen gegangen, hast ihn geholt. Richtig. Richtig. Zwei Völle, jo? Hatte der Robben, du bist so süß mit deiner Stimme, ne? Hallo. So, Robin, Luke, gerne bis später. Ich, äh, müsste jetzt den nächsten reinholen, ja? Tschüss. Ach ja, klar. Tschüss. Bis später, Jungs. Hat mich gefreut. Ebenfalls, viel Spaß dir noch, ne? Danke, Kumpel. Wann bist du das nächste Mal, äh, live? Ich bin die ganze Zeit, ich bin die ganze Zeit noch live und, äh, nachher ab 20 Uhr auf TikTok. Ab 20 Uhr bin ich auf TikTok live. Na dann, viel Spaß. Danke, Kumpel. Tschü, tü. Äh, Lukas, na klar. Äh, tatsächlich vier. Pete, hat er gewonnen. Dieser, äh, Rosé Paliz, äh, Annika und Chucky, tatsächlich. Was ist los, was ist los? Ne, ne, alles gut. Ne, ne, ja, ja, wegen Skinkontest geworden. Okay, sag mal, wie du am besten mich hörst. So? So? Oder so? Äh, weiß ich nicht. So gut? Ja. So ein bisschen leise? Nee, ist okay. Schick mir eine Beißen-Handfrage. Luki the Pro. Ja, ja, genau. Hol ihn mal rein. Ja, der ist er schon. Da ist er doch schon. Äh, Emre, Rohat, äh, warte mal bitte. Ich bin jetzt hier noch verabredet mit den Leuten. Ne? Gerne danach. Gerne danach. Äh, Leonie hatte sich vor dir angemeldet gehabt. Alle hatten sich vor dir angemeldet gehabt. Und David macht sowieso aussetzen. Also alles gut. Achso. Soll ich da aussetzen? Nein, 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 chill, chill, chill. Alles gut. Aber ich kann schon aussetzen, wenn du sollst. Danke, Kumpel. Weiß ich. Äh, muss aber nicht. Alles gut. Nach zweiter Runde. Ist ja nicht schlimm, Eva. Brauchst du die Teammates dann durch? Äh, richtig. Genauso sieht's aus. Genauso sieht's aus. Eva, gerne nächste Runde. Together. Hast du mich gelöscht? Nicht, dass ich wüsste, Luca. Ja, ja. Da ist ja gerade dieser Jay Balden da drin, ne? Ja. Da ist ja die normale Variante von dem. Ist die selten? Würde ich jetzt nicht behaupten. David? Vielleicht habt ihr die hier. Nee, nicht so. Nee. Also ich hab ja immer meine Berater. Nee, also eigentlich nicht so. So, mein Best-Loyal. Aber geile Runde, die ihr gerade gespielt habt. Ja, aber sowas von, ne? Ja, selten. Weil ich glaub, die hast selten. Ich hab's geguckt. Ja. Die Runde war echt stark. Aber wenn man zusammenbleibt, ist es immer geil. Dann klappt das immer gut. Dann klappt das eigentlich immer sehr stabil. Nice. Das bockt heute mies, Alter. So. Alles klar, let's go. Luca fragt, ob du gelöscht hast. Nee, nein, nee. Weil du dann an deinem Account spielst. Nee, eigentlich kennt Luca, glaub ich, den Account. Aber ich hab den anderen Luca gelöscht. Auf Discord zumindest. Und Luca, mach mit dem anderen Luca nicht so ne komischen Wetten. Bruder, wenn ihr mich nervt, lösche ich euch. Ist mir egal. Ne, also den anderen Luca hab ich jetzt. Ach, die haben genervt mit so Pipi, Kaka und so'n Scheiß. Haben die mir geschrieben. Ja, Bruder. Und dann hab ich sie gelöscht. Dann hab ich die gelöscht. Ich hab ihn gewarnt. Nähmals. Ja, ach, hat sie mich verstanden. Und dann hab ich sie gelöscht. Was ist denn los? David? Ja? Guck mal kurz. Ach, nee, lieber nicht. Nee, Gott, scheiße. Ich möchte jetzt keine Werbung für Edinger machen, Digga. Ich schiede dir bei den Boto. Ja, sorry, dass ich Zahlen und Namen alles gemacht habe. Entschuldigung für dich. Tut mir leid. Ja, warte mal. Sarah Richter ist jetzt Luca 2.0 oder was? Ja, ja, hab gesagt, nervt irgendeiner. Sehr gelöscht hat. Sehr gelöscht hat. Okay, die machen wir wie immer. Natürlich machen wir wie immer. Natürlich, Bro. Natürlich. Klar. Weißt du doch. Dankeschön kenne ich den Weg auswendig. Ja, ne? Da langt nur da hinten, ja. Ja, klappt. Das klappt auch. Ja, klappt so. Ja. Bin ich auch. Macht ja auch Spaß. Also, Sarah Richter, bist du Luca 2.0? Schreib mal bitte rein. Nein, ich bin abgekackt. Warum? Ich war am Berg hängen geblieben. Achso, ja, passiert, Bro. Passiert. Ich glaube, ich muss von dem Schnitzel gleich aufs Flo. Okay. Das ist zu viel Information, Bruder. Ich liebe Wiener Schnitzel, also. Ich auch. Will nicht. Mit Butterschmalz. Nee, nee, ich kann dir gleich aufgeben. Alles gut, keinen Stress. Und Pilzsoße dazu. Ja, Bruder. Ja, ich krieg leider von... Ich liebe Pilze, aber krieg davon immer Bauschmerzen. Wie sau, Digga. Warte. Im Herbst gehen wir Pilzen auf. Oh, geil. Warte, komm ich vielleicht mal mit. Ja, in meinem Großonkel, der ist zu 86 geworden. Oha, krass. Aber der wird jetzt operiert. Oh, ja, okay, gut. Ja, egal. Themawechsel. Boah, was hat der für ein Aim? Ja, was geht? Hier. Wo ist der? Ach, scheiße. Ey, den Nächsten bitte nicht finishen. Lass mal mit dem ein bisschen spielen. Habe ich so Bock drauf? Okay. Okay, dann bin ich auch dabei. Ja, okay, stark. Äh, Jungs, ich glaube, was meinst du? Ja, zeige ich dir gleich. Ach so. Ja. Zeige ich dir gleich. Äh, hier. Blaue, blaue Hammerpump, wenn... Wenn ich jemand mag. Ich glaube, ich meine. Ja, okay. In der Astuil oder so war es vielleicht. Hm, gerade leider nicht, Kumpel. Ähm, aber ich habe Ben los. Hilft ihr, das hilft dir das? Auch blau. Blau? Okay. Ich meine, ich finde, gebe ich sie. Hab du am Anfang. Ich gehe mal auf Toilette kurz. Ja, macht mal. Ablau, Ablau. Zack. Ach, die Aim-Bots sind wieder da. Bruder, ja. Manchmal ist verrückt, ja. Was die für ein Aim haben, Alter. Ja. Ist einfach nur krank. Was? Hä? Der hat mir gerade 120 Schaden abgezogen. Ja, ja. Musst du aufpassen. Musst du echt aufpassen, Alter. Manchmal ist verrückt. Die haben... Manchmal, Digga, die... killen mich so schnell. Digga. Wie geht's da eigentlich so? Ähm, wie geht das? Gut, Kumpel. Danke der Nachfrage. Ähm, schreib mal kurz rein. Ob du auf dem PC oder am Handy gerade im Stream bist. Würde mich mal interessieren. Und der Bot ist, der ist gar nicht fit. Nee, der Bot nicht. Tatsächlich. Der Bot geht fit. Und... ...dürfte ich die Waffe vielleicht haben. Hier gerne das Medaillon. Ist ja süß. Maybe. Aber wenn ich bin ja auch nicht traurig. Was hat die denn? Keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Ich? Ich hab die Medaillon. Ja, dann gönn dir. Gönn dir, gönn dir. Kein Problem. Die Medaillon hab ich. Die Waffe nicht. Ja, ist nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm. Alles gut. Gehen wir jetzt wieder Olympus? Natürlich. Wohin denn sonst? Komm, ich mitgehe nie. Naja, klar, klar, klar. Komm, komm, komm. Schadieren. Ihr sollt aber noch eins vor der Tür stehen. Äh, nee, ist schon leider weg. Nicht schlimm. Wir treffen uns bei Zeus, Jungs. Wo geht das? Du kannst mich ja anschossen. Sonst frag mal Leonie. Die ist auch immer ziemlich flott unterwegs. Oh, nee. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Warte mal, Piet. Warte, 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 Bro. Ich hab's gesehen. Jaja, Jiggy, Jagga, Bum, Bum. Ja, Bruder. Lass mich verfahren, bitte. Schau auf. Nee, lass mich verfahren. Nein. Okay, gut. Nein, ich vertraue. Ich bin eigentlich echt ein schlechter Beifahrer. Echt ein schlechter Beifahrer. Wollen wir uns den Gegner? Nee, ja, wir wollen zu Zeus. Scheiß auf die Klinge. Ja, ja, fahr ich, fahr ich, fahr ich. Ist egal. Wow. Okay. Meinst du doch, ich fahr anständig? Ja, das geht, Bro. Bro, also ich hab das schon schlimmer gesehen und erlebt. Also alles gut. Das geht noch. Ja, die feiten gerade sogar, die sind Gegner. Die müssen absteigen. Da wurde schon besiegt, glaub' gerade. Ja, hier. Sorry. Oh. Stark. Stark. Also auch One-Shot. Der andere ist Maximal One-Shot. Ja, hier ist noch einer, der lebt. Ja, der ist Maximal One-Shot, der Typ. Ah, nee. Nee. Ich hab' keinen gesehen. Ach doch, der ist Maximal One-Shot. Den hab' ich ganz, 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 ganz. Will jemand Krone von euch? Nö. Wir haben alle. Ich bräuchte die DM-Air, zum Beispiel, und das mit der Junge, würde ich eigentlich auch gerne haben. Den Junge hab' ich, also DM-Air weiß ich nicht, dieser hat der Gegner, glaub' ich. Ja, ja, nee, okay, dem hier hab' ich. Na gut, dann gött' euch mit der Jochen, alles klar, gut, kein Problem, bin die nicht böse. Ja, bin die nicht böse. Der andere Bananas hat 195 bekommen. Wirklich? Ja. Ich hab' die wegge-inboardet, Maximal. Wegge-inboardet? Die haben beide 30 Händen-Shotten, 300 Händen-Shotten, alle bekommen. Und Lukas, kopf rauf. Ja. Kopf rauf. Wir bin drauf. Äh, Lisa, wenn du grad im Stream bist, ich hol' dich gleich rein. Alles gut. Ja. 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 Ja, ne? Ich mach das öfters. Mach's, ey. Ja, hier, Motorradfahren in Fortnite und so. Geni hat schon Führerschwein. Ja, ja, tatsächlich, ja, aber momentan nicht. Haben sie mir weggenommen. Warum? Na, ja, ich bin zu schnell gefahren. Geni, geni, wolltest du schnell V-Bucks holen? Du bist total gut gefahren. Ja, könnte man so sagen. Ja, ja, irgendwie sowas in der Art, ja. Ja, passiert. Hauptsache man lernt draus. Ja. Ja. Und ich hab draus gelernt, war echt teuer. Wer ist Obesi? Wer ist Obesi? Kann mir das jemand sagen? Wer ist Obesi? Ach so. Aha, aber wer ist Obesi? Check ich nicht. Kann mir jemand mal helfen? Wer ist Obesi? Wer ist Obesi? Wer ist Obesi? Jungs? Wer ist Obesi? Wer ist Obesi? Wer ist Obesi? Ich. Es gibt keinen Weg, Luca. Nee, nee. Gibt es nicht. Da bin ich der Einzige. Das glaube ich nicht. Aber. Danke auf jeden Fall. Nee, ich überlebe das nicht. Warum? Warum? Kein Leben. Na, dann. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich hab auch kein Heal gerade. Ich hab Blue. Überlebt wahrscheinlich mit 1 AP. Ich überlebt mit 1 AP wahrscheinlich. Ich schaff's. Ja, dann verschwindet schnell hier. Ich hab genau 1 AP, Genie. Okay, stark. Oder nicht stark. Naja, wie auch immer. Du weißt schon, was ich meine. Geht mir direkt vor mir. Ich kann nix machen. Nicht mehr tot. Chill, Bro. Dicker, Dicker, Dicker. Hier ist mich ab. Lukas, komm. Komm, komm. Ist irgendwer hier für mich? Ja, wir kommen gleich. Wir sind auf dem Weg. Leonie, hast du was? Nee. Wir kommen gleich. Wir kommen gleich. Wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Lukas, lass mal hier einmal kurz gucken. Hier war eigentlich sonst ein Automat. Okay, gibt's nicht. Fahr! Fahrlein, Fahrlein, Fahrlein. Ah, Piet lebt einfach noch. Bitte zusammenbleiben. Bitte, bitte zusammenbleiben. Hier im Haus gibt's auf jeden Fall Heal. Lukas, lass runter, lass runter. Nein, da ist einer. Ja, ja. Ja. Äh, wir sind tot. Nein. Booster, 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 booster. Der ist im Gebüsch. Lukas, deiner. Gehört hier. Ja. Willst du ihn jetzt benutzen, außer nehmen? Eini, hast du hier? Ich brauche keine Scheiße hier. Ich brauche hier. Champagner. Nein, nein. Green, green. Ich habe kein green. Bro, was soll ich machen? Ich bin tot, ich bin tot. Ich habe kein green. Ich schwöre. Ich würde es dir geben. Komm, komm, komm. Wir müssen weiter. Hier ist Motorrad noch. Ah, Banane. Ja. Lukas, Lukas, Lukas. Komm, komm, komm. Stark. 28, weiß. Wow, aus dem Auto gekillt. Aus dem Auto gekillt. Aus dem Auto gekillt. Was der Hölle geht bei dir ab, man? Komm, runter, 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 runter. Wo sind die, wo sind die, wo sind die? Der war tot. Die war innen sind die tot. Scheiße, das Motorrad, man. Da unten läuft er. 77. Das Problem ist, ich habe kein wheel mehr. Ich habe nur Champagner. Ja. Das sind zwei. Das sind zwei. Nein. Nein. Ich habe einen Stein in die Fresse bekommen, Digga. Haha. Hey. Mal dir die Abos. Ach, Luca, du kannst jetzt unten auf dieses Dollarzeichen klicken, dann kannst du auch ein Abo machen. Also kostenpflichtiges Abo. Dann hast du immer den Vorteil, dass du privat mitzocken kannst. Gini, ich carry it. Ich carry it. Ja, Bro, alles gut. Ich habe keine Sorge, Titi. Alles gut? Ich kann nicht richtig fahren. Doch nicht. Uh, GG. Ich wollte irgendeinen geben. GG. Was hier ist? War aber knapp in Sie die Runde. Irgendwie. Das ist doch komisch. Bin ich gar nicht gewohnt. Trotzdem geile Runde, Jungs. Und Mädels, sorry. Neoni, sorry. So, da sich jetzt hier gerade keiner angemeldet hat im Stream, sollen wir noch eine Runde fix machen? Ist ja gerade keiner da. Baut da gerade noch ein paar Sachen im Mittelpass ein. Mach mal, Kumpel. Alles cool. Kein Stress. Musst mir gleich auf jeden Fall noch, was zu Futter machen. Verdammt. Ich hab mir extra 308 in Münzen. Boah, Digga, naja, TikTok gleich wird auch richtig geil wieder. Ich freu mich. Ja, freu mich auch. Die ganze Nacht? Ja, 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 ja. Definitiv. Also hauptsächlich mit den Mädels. Aber du weißt, meine Abonnenten und so, die Abo haben, die kommen zwischendurch auch mal rein, ne? Um mich zu vertreten. Ey, Geni. Ja? Ich wechsle meinen Gender. Ich bin auch jetzt Mädchen. Nein, 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 nein. Das fehlt nicht. Dann zeige ich dich an, wegen Genderverletzung. Ja. Ach, scheiße, Eva war da. Kacke. Wir müssen noch mal in die Lobby, Jungs. Wir müssen noch mal in die Lobby. Ja, ist Eva. Na, Eva ist Mädchen. Ist eine Nette auf jeden Fall. Kommt, wir müssen noch mal in die Lobby. Die hatte sich angemeldet gehabt. Äh, Geni, guck mal kurz in die Squad. Gleich, Gerda. Warte mal. Muss mal schnell Eva reinholen. Ah, hier, dieser ist ja auch noch drin. Oh, da sind das viele, Alter. Die ist ja selbstverständlich. Ich hab die... Ach, scheiße, ich Idiot, Alter. Dankeschön. Genau. So, Eva ist da. Gerne. Ja. Wir hören dich da. Schön für dich. Wir sitzen bei FNCS an. Äh, Pia, bist du so nett und setzt da einmal aus? Äh, ja. Das ist nett. David sowieso. Wieso kann ich nicht zweimal aussetzen? Doch, darfst du jetzt. Nee, ich meine, zwei Personen. Ach so, doppelt aussetzen. Irgendwie, so. So, warte mal. Eva ist da. Voll ich aussetzen? Nee, warte mal. Warte mal, Kumpel, warte, 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 warte. Wir stimmen uns langsam ein auf die Ladies Night. Geht ja gleich los. Ach, ich glaub, das weiß Eva noch gar nicht. Eva hat sich schon erzählt? Nee, das hab ich vorhin jetzt im Stream so ein bisschen mitgelegt. Ach so, ab 20 Uhr auf TikTok Ladies Night. Jeden Freitag. Und da zocke ich nur mit den Mädels. Genau, vielleicht hast du... Ach, Lisa ist doch schon drin. Ja, super, kannst du auch mal ruhig was sagen. Und ich such sie hier gerade. Schau dir Gott. Ah, okay, okay, stark. Schau dir Gott, schau dir Gott. Alles gut, nicht schlimm. So, warte mal. David setzt aus. Äh, Pete setzt aus. Äh, warte, 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 warte mal. Also, Lisa, Eva. Ich und... Eine Person muss noch aussetzen. Äh, genau, Leonie, bist du so nett und setzt du eine Runde aus? Mhm. Dankeschön. Ich hab jetzt das erste Mal Leonies Stimme gehört. Wirklich? Ja. Ich schon öfters. Äh, Genie, guck mal Discord. Jawohl, mach ich, mach ich, mach ich. Ey, Rohat, äh, Digga. Ich hab dir gesagt, bleib im Stream, schreib mir rein. Es hat keiner reagiert außer Eva. Bruder, Pech gehabt. Ich schwöre, ja? Pech gehabt, Alter. Ich bin nur nicht im Kindergarten. Und du, Digga, du bist ja sofort weggebannt, Alter. Aber sowas von David, bann ihn weg. Hier diesen V-Rex. Dieses Virus, Alter. Was hat er gemacht? Ach, Höhenklügel, Digga. Den da drüber auch gleich wegmachen. Luca ist sauer, Bruder. Warte ab, bis ich sauer bin. Bann ihn mal gleich weg. Dauerhaft weg. Der kriegt ein Pferd war, Bann. Ja. Mag ihn nicht. Leicht. Was kann ich noch so machen? Weiß ich nicht. Melden. Ups, nee, brauchst du nicht. Äh, Genie, ich komme vielleicht später wieder, okay? Äh, kein Problem. Piet, alles gut. Kein Thema. Uch. Ey, guck, noch ganz kurz im Discord. Ich will deine Mache. Ach ja, ach ja, ach ja, stimmt. Sorry. Sorry, Kumpel. Oh. 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 Warte mal, muss ich groß machen. Oh, Digga, geil. Alter. Sagst du? Geil. Darf ich das in die Kamera zeigen? Ja, klar. Also in die Stream? Warte, ich muss gucken, muss gucken. Fühlig. Fühlig. Warte was. Ich mag dieses Alcantara sowieso, dieses Wildleder. Fühlig. Und Schwarz-Weiß sowieso geile Kombi. Was? Echt nice. Bin, bin ein bisschen mehr der Fan von Air Max und so tatsächlich und TNs, aber die finde ich auch nice. Kennst du die? Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Nee, kenne ich nicht. Der Fan von Travis. Ah. Okay. Crazy. Also der Preis ist ein bisschen OP, finde ich. Die sehen ja wirklich geil aus. Ja, aber der Preis ist ein bisschen, ja, Bruder, 900 Dollar. Oh, nee. Für Schuhe niemals. Ich geh nicht, ich bin jetzt weg, ne? Mach's gut, Leute. Bis später. Tschüss. Tschüss. Maxi, hey, was geht? Moin. Guten Tag. David. Wie findest du die Spur? Ein Stück rüber. Warte mal, Piet ist weg, ja? Piet? Oder warte, ich schicke ein Bild. Mhm. Nee, Piet ist weg. Okay, Lukas ist da, Piet ist weg. Nee, das ist besser als Link, glaub ich. Da waren's mal fünf. Nee, da waren's mal sechs. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Die waren mal im Angebot für 60 eigentlich. Bruder, ich weiß nicht, was waren die teuersten Schuhe, die ich gekauft habe? 250 vor Maximum. Mehr hab ich noch nie bezahlt, Digga. Und das ist schon verdampfte Geld. Das ist schon echt verdampfte Geld. Schwur, ja. Meine, meine teuersten waren 150. Ja, okay, als Mädchen geht das tatsächlich noch, ne? Ja, das waren Air Force Highs. Oh. Kann man schon mal machen. Ja. Äh, Piet, kein Thema, Bro, hat mich gefreut. Gerne, bis später. Die muss meinen Abonnenten noch irgendwie so ein Spezialzeichen geben. Weißt du, das sind halt so Schuhe, die siehst du nicht oft. Boah, Digga. Gut, im Endeffekt müssen sie dir gefallen. Egal, ob man die oft zieht oder nicht. Oh, David, die fühle ich tatsächlich. Äh, ich wollte mir, warte mal, war das letztes, letztes Jahr genau, da war ich im, äh, KDW. Und da gab es so richtig geile Schuhe, ich weiß nicht, ob das von Dior oder von Gucci war. Und Bro, aber 900 Euro. Boah, das... Muss nicht sein. Nee, nee, da bin ich dann auch so geizig für. Ich hab so ne Gucci-Tasche mir mal gekauft. Boah, und ich hab die noch nie angehabt. Ich hab die noch nie getragen, ne? Ja, das ist es, ja. War einfach so guttötig. Die haben 45 Euro eigentlich gekostet, waren reduziert auf 20 und dann waren auf 20% im kompletten Laden. Hab ich ihr für 15,99 bekommen. Benchschuhe. Ja, warum nicht? Warum nicht, Bro? Also für 16 Euro kann man eigentlich eh nix falsch machen. Hm, nee, das stimmt. Piti, mich definitiv auch. Viel Spaß mit deinen Kumpelskeulen. Nice. Hm, die, warte. Die hier hab ich für 15,90 Euro bekommen. Sind das so Basic-Weiße wahrscheinlich, oder? Zeig die mal, nimmst du. Kann ich machen. Warte. Warte. Oha, Digga. Kannst du mir auch schicken, David. Ach so. Warte. Na, siehst du. Er hat doch schon Nummern ausgetauscht. Läuft doch bei euch. Nee. Instagram. Ah, okay. Weil er mir unbedingt Autos schicken wollte gestern. Ah, ja, ja. Du magst ja auch Autos. Genio, Ronaldo oder Messi? Oh, Maxi, tut mir leid. Ich mag weder den einen noch den anderen. Ich mag überhaupt keinen Fußball, ehrlich gesagt. Sorry, bin aber ehrlich. Ich mag keinen Fußball. Ist nicht meins. Hast du deine Sportart? Ich finde, WM ist ganz cool anzuschauen, aber es ist sonst überbewertet. Boxen finde ich gut. Basketball finde ich auch nett. Ja. Ansonsten so. Wie viel die Leute auch ausgeben, um dahin zu kommen. So, wenn man jetzt mal überlegt, dass die letzte in Katar war. Ich glaube nicht, dass der Flug so günstig war. Ist auch nicht meine ich auch. Ach, ehrlich, das ist irgendwie auch nicht meins. Also Mädels, das ist jetzt, ach ja, Jungs und Mädels im Stream, das ist jetzt hier die letzte Runde auf YouTube. Und danach bin ich auf TikTok. Ja, du hast dich vorhin auch versprochen, tatsächlich. Kann sein. Du hast gesagt, die Ladies Night ist auf YouTube. Ach so, nee, die auf TikTok. Ja. Auf dem steht, Eva. Auch auf TikTok. Dann guck ich doch mal, so für nice Treter hast. Ich hab aber auch schon... Ja, ich hab letztens, weil ich war ein bisschen zu geitig, für wieder Airbus zu kaufen, meine alten Zug. Was kam gestern noch so im Fernsehen? Hab ich mir für 35 Euro Puma-Schuhe gekauft. Schmeckt auch. Ist mir gewischt. Ja. Für die Arbeit. Kumpel, gute Frage. Was kam gestern im Fernsehen? Keine Ahnung. Boah. Ich hab ja immer das Handy nebenbei in der Hand und guck halt wie so ein Chamäleon, mit links zum Fernsehen, mit rechts auf dem Handy quasi. Weißt du? Und check halt die Hälfte immer nicht irgendwie. Weiß noch nicht, wenn was lief, Alter. Keine Ahnung. Was hab ich geguckt, Mann? Hab's vergessen. Ich war gestern gleich schlafen. Ja, ich bin auch immer zwischendurch eingeschlafen. Ja. Und dann war ich zwischendurch wieder wach. Genau, da hat mir Lisa geschrieben gehabt, dann hab ich geantwortet, dann bin ich wieder eingeschlafen. Äh, genau. Schon doch hübsch, David. Schwarz-Weiß. Kann man nix falsch machen. Schwarz-Weiß immer gut. Da wird fast wieder sein Gehör. Ja, kann ich dich gleich sagen. Ich kaufe ja eigentlich immer ein bisschen größer, weil ich eh noch wachsen. Aber für den Preis hab ich mir gerade die richtige Größe gebraucht. Kann sein. Mach mal, äh, Lukas. Aktivier mal. Was? Aktivier mal. Wir kamen die Musik, die irgendwo. Ja, doch. Ja, doch, Digga. Das sind die Schlimmsten, möchte ich behaupten, Alter. Ich hab grad an den Antrieb gedacht. Du hast bestimmt an jemand anderen gedacht. Kann's ruhig zugeben, Kumpel. Ich hab Angst. Hör ich jemanden, die, äh, hör ich jemanden nicht gehörst? Nee. Weiß nicht, keine Ahnung. Von Zeugs, die hab ich gerade gesagt. Ah ja, die sind auch okay. Hä? Ich glaub, ich muss Luki erstmal annehmen. Kann sein. Ich glaub, ich, ich glaub, ich hör auch keinen von uns. Ja, dann musst du Luki annehmen. Luki, hallo? Ja, hallo. Ah, jetzt? Ich glaub, mit wem redest du? Ich bin gleich tot. Nein. Nein, natürlich. Alles gut. Also, gönnt euch die Medaille. Ich feier die gar nicht. So sehr. Ich, ich feier nur, ja, aber ich brauch's nicht. Ich feier nur die von Zeus und von Severus. Ist das nicht diese Agilität da? Nee, nicht hier. Ja, hier ist nix Agilität. Ähm, okay. Jungs und Mädels. Ja, aber anderen boss. Weiter geht's. Weiter geht's. Nein, ich feier, äh, Stipps. Ist eigentlich nicht so schlimm. Lass uns einfach weiter. Ja, ja. Ja. Ja, aber es markiert. Ja, also ist markiert. Ja, aber gelb. Yellow. Ich mein die Waffe, die ich, äh, also, aber. Ach so. Du brauchst dir keiner, glaub ich, Drum Gun. Boah, nee. Ist tatsächlich gar nicht so geil. Also, es gibt, es gibt hier auch in einer geilen Ausführung, wo die halt einfach null verzieht, ne? Hab ich auch schon mal in der Hand gehabt. Das war echt krass. Na, die Drum Gun, bro. Kann ich die Waffen, äh, nächste Runde, oder? Nee, 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 nee. Hm. Das war irgendeine spezielle. Das war irgendeine spezielle. Ja, du musst die, äh, Dinger, die Mods und so richtig machen. Nein, 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 das war was Spezielles, das war was Besonderes. Nee, 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 das war wirklich was Besonderes, ja. Also wie ich und ihr. Also wie wir alle. Ah. Ja, nee, 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 das war schon was Besonderes. Genau wie die 8 Milliarden anderen Menschen. Ja, genau. Auch alle Besonderes, Bruder. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Dankeschön. Bitteschön. Sag. Äh, warte, Lisa. Warte, 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 warte. Dann gebe ich dir natürlich auch ein bisschen was ab. Oh, danke. Ja, aber wenn du nicht zu mir bist, bin ich auch nicht zu dir. Oh. Ja, guck mal, und hier ist noch so ein Fass. Ah, warte. Ah. Ja. Warte. Der landet sogar gleich hier. Äh, bin immer weg. Kommt vielleicht später auf TikTok. Alles klar, Leonie. Äh, kein Thema, hat mich gefreut. Gerne, bis später oder bis zum nächsten Mal. So, nice. Digga, immer diese kleinen Drecksfliegen, Alter. Ah ja. Ich hasse die. Willst du dich das Medellion bitte haben? Ja. Überhaupt süß. Schön. Was hat er noch? Gut, drop, Jungs und Mädels. Ja, ja. Let's go. Hier liegt noch eine Banane. Oh, immer gut. Ich habe vorhin auch endlich, ja gerne. Ich habe vorhin auch endlich meine Banane essen können. Ich glaube, jetzt hole ich mich gleich einmal eine Banane. Aber Banane sind geil. Ja. Es ist natürlich noch ein Medkitsch. Ja, ja. Ah ne, ihr seid alle gar nicht so alt. Es gab früher so eine Fernsehserie, so eine Kinderserie, die hieß Bananas in Pyjamas. Find das jemand? Nee. Boah, ich habe das schon mal gehört. Ja, Eva, du bist ja ein bisschen älter wie die anderen. Ich wollte gerade sagen. Früher, echt so eine Kinderserie und da waren so eine Bananen halt und dann ging es so Bananas in Pyjamas sind lustig anzusehen. Bananas. Ja, und weiter weiß ich leider nicht mehr. Und es gab noch diese Serie mit diesem Mann und dem Affen. Meinst du Alf? Der hatte so einen gelben, nee, der hatte so einen gelben, Coco, genau. Der hatte so einen gelben Anzug immer an der Dung. Komm ich hier nicht runter? Oder der Bär im großen blauen Haus, das war auch so ein Burner. Hallo, komm ich nicht runter. Wo kommst du die? Komm ich nicht runter. Wo bist du? Spring. Äh, jetzt. Jetzt. Ich habe gerade... Lisa, alles gut? Ja, ja, ja. Was markierst du da? Ist da irgendwas? Ah, oh mein Gott. Ich habe mir vor uns geschossen. Hat mir schon Sorgen gemacht. Nee, nee, schon egal. Das Markenzeichen von Lisa ist Jaja. Jaja oder Nene. Ob der M-hmm. Das geht auch, ja. Ja. Aber wir seht ja schon fleißig am Üben immer. Wird immer besser. Jaja. Ich fühl mich nur ein bisschen verarscht. Egal. Egal. Oh, okay. Okay, gut. Ja. Hier sind Gegner. Ja, okay. Zusammen bleiben, bitte, wenn es geht. Ja. Ich habe leider kein gutes Scope auf meiner... Nebene. Der ist richtig low, der ist one-hit. Gerne markieren. Oh, ja. Nice. Oh, schade. Auf 172. Das war nice. Hier ist auf jeden Fall... Boah, ich sehe leider nichts. Ah, der ist auch wide. Genau. Oh, wo mehr ist noch einer? Umhole ich mehr. Der ist wide, 104. Da läuft noch einer. Ja. Boah, die Distanz ist einfach viel zu lang. Hier läuft noch einer. Ja. Bruder. Robin. Das gibt es noch nicht. Hilfe, bei dir. Okay, hast du. Hä? Aber keiner hat diese Schnelle Schuss Munition da. Was? MP? Ja. Brauchst du? Ja, du bist du. Ich gebe dir. Ich kann dir meinen... Also ich kann dir ganz viel geben. Ich bin ein Champion ähnlich so. Genau, Lukas. Frag die Mädels. Ja. Okay. Die sind eigentlich ganz nett. Außer zu mir. Nee. Stark. Aber geiler Tag heute. Echt, ich hätte damit nicht gerechnet gehabt. Hat ihn sehr gut angefangen. Ja, super sogar. Echt alles perfekt. Ich habe relativ okay geschlafen. Ich habe meinen Termin fertig gemacht. Alles war nice. Und dann... Alles super. Perfekter Tag einfach, Digga. Einfach perfekt. Wie steht es denn mit euch beiden Süßen? Seid ihr ausgeschlafen? Seid ihr bereit für eine lange Nacht mit Genie? Oh, keine Ahnung. Ich muss wahrscheinlich noch etwas erledigen. Ah, okay. Also ich wäre da. Einfach auf. Okay. Ja, danke Kumpel. Danke Kumpel, gut zu wissen. Ich gucke von TikTok zu. Ja. Ja. Hm. Okay, nicht mehr vorrätig. Hier wurde das Medaillon getroppt. Okay, egal. Nicht schlimm. Bitte zusammenbleiben. Auf entspannt. Ja. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Super, gefällt mir immer besser und besser. Es ist wahrscheinlich eine Falle. Ja, die... Ich bin nicht hängig. Das ist sehr gut möglich, tatsächlich sogar. Nein, Medi-Kids. Lisa, wie sieht es bei dir mit Bananen oder Medi-Kids aus? Äh, drei Medi-Kids. Okay, stark. Alles klar. Okay, nice. Komm, wir warten noch zehn Sekunden, dann wissen wir, wo die nächste Sohn ist. Okay. Ich bin tatsächlich sogar fast gerne auf dem Account eigentlich bleiben jetzt. Weinst du YouTube? Ja, in TikTok, weil das ist ein bisschen entspannter für mich. Ich habe mich jetzt hier gerade eingespielt, mit den Settings. Äh, lass mal darüber zu der gelben Markierung auf jeden Fall. Kannst du den Account für TikTok wegziehen? Ja, weil ich auf den anderen die ganzen V-Bucks drauf habe, aber auf den bin ich jetzt eingespielt. Ist das nicht die gleichen Settings? Nee. Ich habe auf jeden trotzdem minimal Unterschiede. Minimale Unterschiede, tatsächlich. Ich habe von Gras und Schüsse. Also irgendwas stimmt auch mit der FPS-Anzeige nicht. Ich habe keine 100 FPS, Bruder. Der geht bei mir auf 100 FPS, Digga. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe keine 100 FPS, das ist ein Minimum 150. Nach dem Update. Da hinten. Bei mir wird irgendwie 100 angezeigt und ich habe 20. Bei mir ist es irgendwie andersrum. Bei mir macht es gerade übel rum. Nicht gut. Das war gerade... Hier, eine markieren. Okay. Das ist halt long distance. Nicht schlimm. Das ist meine Spezialität. Wenn ich ein besseres Scope hätte. Na 13. Up. Ja, ja. Hat einer davon wenigstens einen Sniper oder so. Ach, hier kommen noch mehr. Hab ihn. Ich sehe aber gar nichts. Ich habe einen Sniper. Wie sieht es bei euch aus, Jungs? Ohne Scope, cool. Ja, stabil. Ist wie ein Auto ohne Räder, einfach. Jetzt macht nichts mit anfangen. Hier liegt noch ein Biggie. Könnt ihr? Ich glaube, ich nehme lieber Midi-Packs mit. Wer hat Bock und Banane? Wendurch. Ne, ich habe niemanden. Hab ich nicht. Ne. Ja. Wenn du dir noch jemanden mitnehmen möchtest, sind es zwei Biggies. Also ich habe drei Biggies, drei Midi-Kids. Also ich bin tatsächlich ziemlich glücklich gerade. Ich habe Stacks und Midis. Oha, hier ist noch ein Bunker. Ich gehe ganz schnell zum Bunker. Hier ist noch mit dem er. Ich mache mir einen Scope auf meine... Äh, Eva, da war doch ein Sniper, sagtest du ohne Scope? Ja. Hier ist ein Bunker. Ah ja, tatsache. Genau, kannst du ein Scope drauf machen. Ich habe den voll vergessen. Ich habe noch nie da oben den Bunker gesehen. Schlimm, alles gut. Ähm, vielleicht noch ein Sniper. Oh, nichts geschaffen. Soll ich dir eine geben? Ja, ich bin immer kein Fan davon, irgendjemanden was wegzunehmen. Nimmst du die... Mach ich schon ab. Nee, nee, nee. Gönnt ihr mal selber? Pass auf, ich mache mir... Mach ich schon ab. Ja, ja. Pass auf, ich habe eine goldene DMR, Bro. Und die hat einfach keinen Bullet Drop. Drop. Kann ich später nochmal kommen? Peti, na klar. Natürlich. Was für eine Frage, Bruder? Das ist selbstverständlich. Fumi, Line. Hey, was geht? Was geht bei dir? Eigentlich wollte Andy auch nochmal vorbeischauen. Ist auch nicht mehr gekommen. Andy, bist du doch zufällig im Stream? Ich glaube nicht, ne? Ja, alles gut. Max. Du kannst auch die Sniper von mir haben. Dankeschön, Kumpel. Danke, weil sie zu schätzen. Alles gut. Ich habe jetzt eine goldene DMR mit meinem Scope. Also alles gut. Das ist auch gut. Ja, die hat halt... Ja, Lisa? Du bist einer von mir. Ich habe zwei. Ja. Ähm. Boah. Ich glaube, ich würde Lukas damit das Herz brechen. Alles in Deutsch. Ja, okay. Komm, das... Ja. Ist da mal ein Scope drauf, Lisa? Ja. Ja, ich würde mit beiden jetzt spielen. Jetzt bin ich nur auf Distanz unterwegs. Ja. Äh, Q... QM... Digga, was ist ein Name? Emmeline. Maybe Emmeline? Was geht? Sorry, dass ich den Namen nicht richtig aussprechen kann. Klär mich gerne auf, wie man das ausspricht. Oha, nice. Okay, Jungs, Mädels. Taxi ist da. Boah, boah. Boah, Taxi. Boah, boah, Taxi. Kein Bock zu laufen. Ja. So, warte mal sechs Sekunden. Chill, chill, chill. Alles wird gut. Wir gucken gleich, wo die Sohn hingeht. Stabil. Alles klar. Noch ein bisschen weiter weg, ey. Nicht schlimm. Wir haben ja ein Auto. Wir haben Taxi bestellt. Ich bin da. Wir fahren einfach weiter. Die interessieren uns nicht. Trinkgeld gibt's aber keins, ne? Warum nicht? Boah, so einen netten Taxifahrer findest du nie wieder. Ich hab kein Geld. Boah, da, unten. Boah, hätte ich den getroffen, der wäre so schön gewesen. Hat, Digga. Herzstreif, gar nix. Auf Kopf. Auf Kopf. Stark. Ja, find ich auch. Da unten sind noch mehr. Oh. Ja, find ich, mach fucker. 116, einer noch. Ey, tot. Ey, wenn das jemand im Stream gerade sieht. Alles war drauf. Es hat aber nicht connected. Da hinten ist noch einer. Ja, das war's. Okay, ich gucke gerade. Ich hab ihn. Geil, der war gut. Der war geil. Mhm. Boah, auf Distanz bin ich recht gut. Ich auch eigentlich. Außer ich hab mal nicht so gut. Nicht einen guten Tag? Ja, aber heute schon. Weil ich da bin, Kumpel. Ja. Und die Mädels. Ja. Ja, immer. Ja, immer. Das ist eine goldene, ganz schwierige, ja. Will ich jemand? Nee, ich bin auch ziemlich happy. Hier liegen auf jeden Fall noch eine Menge an Biggies. Oh, Jesus. An Munition. Okay, stark. Ich brauche noch einen Kill und dann bekomme ich so einen neuen Rang. Also von diesen. Stark. Ja. Diese Überlebensmedaille, oder? Ja. Dann bekomme ich diese. Also nach Legendär. Das erste Mal. Mythisches, glaube ich, dann, oder? Ja. Ich glaube auch. Ich glaube auch die letzte dann. Nein, da gibt es noch eins danach. Danke, Brustiger. Was habe ich hier gemacht? Oha, hier ist irgendwer mit seinem komischen, äh, Rad. Hier mit seinem Luftrad. Nee, das muss ich meinen. Da. Dicke, Dicke. Ich hasse das Teil. Oh, 65, Dicke. Oh mein Gott. Das ist aber gut. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich kann jetzt. Äh, wie gut. Also wir brauchen nur noch das und dann noch einen Wind und dann bin ich aufgestimmt. Markiert gerne. Hab ihn. Geil. Schapier. Er hat auch so eine goldene Ding, was du gerade hast. Äh, DMR. Ja. Ja, okay. Krieg er nicht mehr mit. Schon noch einen Gegner. Mhm. Ja, das kann nicht dann. Die Frage ist jetzt, wo der ist. Eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich wieder im Busch, oder? Äh, ich höre, nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Okay, oben ist er. Okay, stark. Komm mal her. Der muss ja jetzt runter, also. Das muss er doch auch runter sein. Da. Könnte smart Schiff. Zeig dich. Jenna verlängst dich. м der hier nicht mehr das hier bei mir ja ja aufgestiegen endlich schönes ding jungs und mädels starke runde schön zusammen bleibt passt das das gefällt mir also meine lieben ich beende jetzt auf jeden fall auf youtube und bin gleich auf tik tok am start hat mich gefreut schön dass ihr da wart russ geht raus ganz viel liebe danke an alle